Der heutige Tag, der 1. Dezember 2023, markiert mal wieder den Anfang einer neuen Geschichte, eines neuen Abenteuers, eines neuen Kapitels. Wir kehren erneut zurück in die mittlerweile sehr vertraute Welt von Azeroth. Ja, World of Warcraft wird ein weiteres Mal aus dem Regal geholt. Es geht wieder los! Heute ist einer dieser herrlichen Tage, an dem man mit Level 1 in eine komplett neue Welt startet, nochmal komplett von vorne anfängt und all die alten Dinge hinter sich lässt, die da irgendwann mal waren, mit Hardcore, Gestorben, Vesper, egal. Nein, heute schlagen wir eine neue Seite auf, die noch komplett weiß und unbeschriftet vor uns liegt. Wir können sie füllen mit unseren Heldentaten und all dem, was uns erwartet, denn es geht um Entdeckung! Season of Discovery heißt die neueste Iteration von World of Warcraft, Classic. Wir kehren also ein weiteres Mal zurück und hören diese Musik. Toll. Wir kehren zurück und natürlich bin ich nicht alleine in den World of Warcraft. Natürlich, wie es eh und je war, ein soziales Spiel. Ein Spiel, das viele Freunde, aber auch Feinde sich finden lässt. Und deswegen wird es wieder eine Butterbande geben. Gestern haben wir einen Vorbereitungs-Stream gemacht und haben versucht, ein paar Fragen zu klären. Allerdings war das nicht so einfach, denn es gab noch keine Server gestern. Das hat sich heute geändert. Und das heißt, ich kann heute offiziell verkünden, auf welchem Server die Butterbande, zumindest meine Butterbande, spielen wird. Wir befinden uns in der Fraktion der Allianz auf dem Server Wild Growth. Das hat zumindest das Discord so entschieden. Ausrufezeichen Butter Discord wurde auch eingerichtet. Da gibt es jetzt in der Butterbandenburg, die es ja schon immer gab als Discord-Server der Butterbande, jetzt eben auch eine Season of Discovery-Abteilung, wo ihr euch anmelden könnt, euch verbinden könnt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr dort mit vielen tollen Leuten zusammen spielen. Natürlich wird es da auch wieder viele tolle Aktionen geben. Wir werden natürlich raiden ab Level 25, denn das ist möglich. Level 25 ist aktuell der Max-Level auf Season of Discovery-Server. Der wird dann Stück für Stück erweitert. So, ich habe Bock direkt anzufangen. Es geht gleich los. Gestern habe ich noch mit mir gerungen, was soll ich spielen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Season of Discovery bietet viele neue innovative Kombinationen aus Klassen und Rollen, die es sonst nie gab. Es gab, es gibt den Schurken-Tank, den Warlock-Tank, den Magier-Heiler. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge. Ich habe mir lange überlegt, ich habe die ganze Nacht hin und her gerollt, in den Sternenhimmel gestarrt und um Antworten gefläht. Was soll ich spielen? Was soll ich spielen? Ich war gestern noch ein bisschen unentschlossen. Wird es der Schurke werden oder wird es der Paladin werden? Ich habe Bock auf tanken. Beide können tanken jetzt in Season of Discovery. Es gibt viele Dinge, die wir entdecken können. Und ich habe mir überlegt, ja, Schurke natürlich ist schon cool. Jing, ausweichen, Parade, cool, Unsichtbarkeit. Aber Paladin kann auch heilen und Buffs und eigentlich hin und her. Und ich habe lange überlegt, was soll es werden und was soll es werden. Und am Ende habe ich mich dafür entschieden, es wird der Paladin! Es wird der Paladin. Es wird der Zwerg-Paladin, mit dem werde ich hier einsteigen. Natürlich, es ist nur Max-Level 25, das heißt, wir können natürlich irgendwann auch mehrere Charaktere starten. Aber heute geht es los mit dem Paladin auf Wild Growth. Der Name Butterbube war leider schon vergeben. Deswegen starte ich dieses Mal als Butterbub. Es geht los, meine Damen und Herren. Ein neues Kapitel World of Warcraft Season of Discovery. Es startet in 3, 2, 1. Vielen, vielen Dank an die Subs von Mann spricht es. Yonki, Kaby, Habibi Glocksberg und Zytsi420. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Dunmoroch. Ein weiteres Mal geht es los. Hier auf Wild Growth hat sich schon einiges gefunden. Allein, wenn wir mal in die Who-Suche schauen und nach Butter suchen, sehen wir, da sind schon einige Leute am Start. Schaut euch das mal an. Da sind schon einige Leute am Start hier auf dem Server. Da wird schon fleißig gelevelt. Das ist fast ja schon eine eigene inoffizielle Butterbande, die hier schon am Start ist. Mit vielen, vielen neuen Leuten. 12 schon für gebuttert, Buttergenuss, Butterbier, Buttermich, Diät, Butter sind hier schon sogar auf zweistelligen Levels angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall, da haben einige schon die Nacht durchgelevelt. Gestern um 22 Uhr ist es ja losgegangen, das Ganze. Wir gehen das Ganze locker an, ganz entspannt. Wir wollen ein bisschen vor uns hinleveln. Ziel für den heutigen Stream ist es, locker entspannt leveln und die Butterbande gründen. Das ist eigentlich alles, was ich heute machen werde. Ansonsten, das Ganze läuft wie immer. Wir kloppen Sachen kaputt, kein Problem. Und wir haben Questy wieder mit am Start. Unsere Quest-App. Äh, App. Unsere Quest, äh, unser Quest-Adon, mit dem wir starten können. Und ja, ich spiele Paladin. Das heißt, ich kann drauf hauen. Das ist mein Job. Ich hau drauf, Freunde. Und das ist es im weitesten Sinne. Das ist es weitestgehend, was wir, was wir hier spielen werden. Denn, ähm, es ist immer noch klar, es gibt neue tolle Dinge. Oh, wir haben kein Autoloot an. Ach, die herrliche erste Nicht-Auto-Loot-Situation. Schön. Da weiß man, ein neues Kapitel geht los. Und, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Warte mal. Controls. Das muss man einmal alle 10 Jahre, muss man, muss man Autoloot aktivieren. Und dann hat man es wieder. Ja, Leute, es geht los. Da sind wir schon. Los geht's. Es gibt aktuell noch keine Butterbande auf dem Server. Wir werden, ähm, die heute gründen. Und dann schauen wir uns das alle an. So, wir sehen hier schon, hier ist, ähm, das, die Übersicht der Runen, die wir hier, äh, aktivieren können. Aktuell habe ich noch keine Runen gefunden. Das ist auch so ein bisschen das Mysterium. Wo findet man diese Runen? Wie bekommt man die? Da, kleine Bitte an den Chat. Ich würde bitte, ähm, keine Spoiler dazu, äh, haben, wenn's geht. Aktuell machen wir das ganz entspannt. Und dann gucken wir mal, ob wir diese Runen finden. Oder ob wir tatsächlich irgendwann auch noch, ja, die extra farmen müssen. Oder wie das am Ende abläuft. Aber bisher ist es eigentlich erst mal, ähm, ganz entspannt. Weil wir natürlich mal wieder einen Zwerg sehen, der mit einem großen, mit der großen Zwergenwaffe draufhaut. So, ich weiß gar nicht, wie wir das alles belegen wollen hier als Paladin. Keine Ahnung. Ich hab lange schon keinen Paladin mehr gespielt, muss ich sagen. Aber ich glaube, der Anfang ist noch nicht allzu komplex. Ja, wir müssen uns Butterband nennen. Ja, stimmt. Ja, Butterbub in Butterband. Ähm, das ist natürlich die Sache. Aber ist okay. Wir müssen auch mal neue Sachen reinbringen. So. Als erstes natürlich, wie jeder neue Held, Wölfe töten. So, ich würde sagen, wir leveln hier, keine Ahnung, so ein paar Level, Level 4, Level 5 oder sowas. Und dann machen wir uns auf den Weg ins Menschenstabgebiet. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich bin großer Fan des Menschenstabgebietes, deswegen starten wir da auch gleich rein. Ansonsten, ja, wir haben jetzt auch Zeit, liebe Leute. Wir haben uns lange gefreut, aber wir hauen jetzt auch einfach erstmal nur drauf. Mehr ist es auch heute nicht. Das wird heute, glaube ich, relativ uninteressant. Denn wir hauen einfach nur drauf. Wir müssen mal den ein bisschen kleiner stellen. Ja, okay, ähm... Ja, das ist es, ne? Das ist es. Wir hauen einfach drauf. Nochmal die Ankündigung. Es gibt noch keine Butterbande. Die gründen wir heute noch. Da werden wir wahrscheinlich wieder so ein bisschen Geld sammeln müssen. Weil aktuell sieht es, sag ich mal, finanziell noch eher mau aus. Aktuell sieben Kupfer. Aber Umhang... Oh, guck mal, wie wir vorankommen, Freunde. Direkt Umhang, Lederschuhe gefunden. Guck mal hier, 0 von 12 Runen. Es gibt ja drei Item Slots. Also, um das mal mit den Runen zu erklären, so wie ich es verstanden habe. Es gibt drei Item Slots, wo man Runen anwenden kann, die man sozusagen verzaubern kann. Und dann hat man anscheinend pro Slot vier verschiedene Runen zur Auswahl. So. General Supplies. Da wird erstmal schön verkauft. Oh, nee, nee, warte, warte. Ach so, das sind die Squire Boots. Schön, wieder wenig Taschenplatz, oder? So, wie es sein muss. So, wie es sein muss. Mail, klar, wir sind ja Tank. Ich weiß gar nicht, wie lange wir es hier machen. Vielleicht Level 5 oder so. Weil idealerweise dachte ich mir, dass ich schlau bin, dass ich mir vielleicht schon auf Level 5 Berufe hole. Damit ich dann auf dem Weg ins Menschenstartgebiet schon ein bisschen was sammeln kann. Welche Berufe werde ich mir holen? Ich habe auch mal Bock, als klassischer Zwerg natürlich die Schmiedekunst zu lernen. Was ist auf deinem Geist? Sei gut, sicher. Seid, sicher. Ah, da ist mein... See you soon. Ah, guck mal. Recover the Skolen Libra. Guck mal, als Quest-Belohnung kriegen wir schon einen Crusader Strike. Nice. Okay, das ist natürlich cool. Das war beim Paladin immer so das Ding, dass der ewig lang einfach gar nichts hatte. Aber jetzt kriegt er schon direkt Crusader Strike. Ist natürlich schon ganz cool. Also man sieht schon, es ist alles ein bisschen moderner, würde ich sagen. Von den Spielmechaniken und so ein bisschen die Sperrigkeit, für die wir auch Vanilla WoW geliebt haben. So ein bisschen ausgebügelt. Jetzt müssen wir Trox töten. Trogge. Okay, Devotion Aura ist an. 24% Armor, geil. Die Runen sind alle mehr oder weniger versteckt. Wird also schwerer, die zu finden. Okay, cool. Schauen wir mal, wie es läuft. Ob wir da schon welche finden oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass man ab Level 25, wenn es dann wirklich wahrscheinlich wichtig wird. Oder für Deadmines bräuchten wir wahrscheinlich dann die Tank-Runen. Dann können wir mal gucken, ob wir die dann finden dafür. Aber bis dahin machen wir das ganz locker. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir diese erste Rune finden. Wo war das denn? Moment, da habe ich die schon bekommen. Moment. Moment. Ah, die waren da hinten irgendwo, ne? Das scheint noch gar nicht in Questie drin zu sein, diese Quest. Weil es gab, soweit ich weiß, keine Testversion für Season of Discovery. Das heißt, man muss hier komplett heute alles erleben. Das heißt, wir müssen, wir müssen Quest-Texte lesen. So wie die Menschen damals im Mittelalter, die jeden Tag morgens aufstehen mussten und dann mit ihrem Quest-Geber reden und dem wirklich zuhören. Questie hat sich bewusst entschieden, die Rune-Quest nicht hinzuzufügen. Ah, okay, interessant. Also wird das irgendein anderes Add-on machen. Aber finde ich ja in Ordnung. Ist natürlich immer so die Sache, ne? Also Entdeckung ist natürlich etwas, was WoW früher sehr ausgezeichnet hat. Dann aber mehr und mehr einfach ersetzt wurde durch sehr kompetitives, ähm, Add-on-gesteuertes Spiel. Wo man natürlich alles gesehen hat. Und jetzt kann man vielleicht sich selber dazu entscheiden, das wieder so ein bisschen zurückzuholen. Wenn man Lust hat, ein bisschen zu entdecken, Alter. Hier absolutes Schlachtfeld hier mit den Schweinen. Let's go, Level 3, Leute! Okay, wir kommen gut voran. Ist eine gute Zeit. Ist eine richtig gute Zeit. Level 3. Habt ihr ein paar Silber für den Gilden vorgeschickt? Oh, cool, vielen Dank. Das dauert, glaube ich, eine Weile, bis das ankommt. Müssen wir mal gucken, dass wir das, ähm, vom Timing her hinkriegen. Weil ich wahrscheinlich so, Level 5, mache ich mich auf den Weg ins Menschenstartgebiet. Und dann kommen wir ja in Stormwind vorbei. Aber ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt ganz gut vom Timing. So, die Trolle, die waren hier. Genau, hier waren die Trolle. Frost Mane. Na, schauen wir mal, ob die hier droppen. Carried by a Frost Mane Troll in Coldridge Valley. Wir sind in Coldridge Valley und das ist ein Frost Mane Troll. Eigentlich... Oh, da haben wir es ja schon. Libram of Judgment. Learn a new ability after unleashing... Ten Seals. Ich soll zehn Seehunde freilassen? Moment, was habe ich gerade gemacht? Ich habe es gerecht schlägt und es ist weg. Ich habe... Ich habe es... Ich ist verschwunden. Relikt Slot. What? Learn a new ability after unleashing ten Seals onto your enemies. Wo kriege ich denn jetzt Seehunde her, Leute? Das ist hier eine Frostwelt. Muss ich jetzt an Strand oder was? Muss ich an Strand? Muss ich jetzt zehn Seehunde fangen? Ah, guck mal, jetzt habe ich eins. Hier steht jetzt nur eins. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo der nächste Strand ist. Ich glaube, hier... Gibt es überhaupt Seehunde in... In... In WoW? Okay, anscheinend wurden auch irgendwie neue Mob-Typen oder so eingefügt. Okay, ganz interessant. Müssen wir mal gucken. Ob wir die finden. Okay, in der Zwischenzeit können wir ja nochmal so ein paar Droggs... Droge. Ein paar Droggs kaputt machen. Dwarf Hunter. Die sehen alle recht verwirrt aus. Ich habe das Gefühl, der klassische Season-of-Discovery-Spieler ist eher verwirrt. Ist eher, sage ich mal, nicht an Erkundung im Allgemeinen gewohnt. Ah, hier sieht man auch nochmal die Runen. Also wir müssen erst zehn Seehunde finden und dann müssen wir es benutzen. Und dann geht's los. Okay. Interessant. Oh! Hexerer. Das tut mir aber leid, Mensch. Oh, da habe ich als Paladin mal einem Hexer was weggetaggt. Das tut mir echt leid, Kollege. Oh, das tut mir leid. Mensch, wie kann ich das wieder gut machen? Aber geht eigentlich, ne? Geht eigentlich. Stream geht bis 24 Uhr. Nein, heute ist Kneipen-Quiz. Um 19.30 Uhr. Und das heißt, wir spielen ungefähr bis 19 Uhr. Aber morgen geht's weiter, ab 20 Uhr. Und dann ballern wir die Nacht durch. Obwohl, und ihr könnt mich gerne dafür auslachen. Haha, haha, Pock, Pock, haha, Poggers. Pogalino. Ich habe mir vorgenommen, jetzt in Season of Mastery nicht mehr so viel WoW zu spielen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das wird wahrscheinlich gut klappen. Ich habe mich für ein erfülltes Privatleben entschieden. Ich will weniger WoW spielen. Ich will weniger WoW spielen. Also, ich will auch mal die eigene Stadt kennenlernen. Also, viele Leute wissen ja gar nichts über ihre eigene Stadt, was es da zu sehen gibt, was man da machen kann. Oh, Mann. Ich dachte, ich habe gerade Schaden gemacht. Oh, nein, ich habe dem Hexer was weggenommen. Das tut mir aber leid, Mensch. Och, Mensch, ey. Sorry, Bro, Mann. Sorry, Bro. Stoffhose. Paladin, der Stoff trägt. Wo gibt es das denn? Wo gibt es das denn? Auf der anderen Seite, ja, du hast recht, ne. Lern erst mal Ironforge kennen. Kenne ich auch noch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich ein paar Mal verlaufen. Das war sehr peinlich jetzt in meinem Hardcore-Run. Aber. Richtig viele Handschuhe, Leute. Ich habe gestern, habe ich Handschuhe bekommen. Nachdem ich wirklich Angst hatte, meine Finger zu verlieren. Weil es so fucking kalt ist. Und ich mit dem, immer mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und da mir einfach komplett die Finger abfriere. Es ist wirklich albern. Also, es ist wirklich, wo ich mir denke, so. Wie unfassbar dumm wäre es, wirklich seine Finger abzufrieren. Dann sagt man, okay, warst du irgendwie auf dem Kilimanjaro oder Mount Everest oder so? Ne, ich bin mit dem Fahrrad nachts von der Arbeit nach Hause gefahren. Die dümmste Geschichte. Ich habe kein Problem mit körperlicher, dem Fehlen von Körperteilen. Ich habe kein Problem, Körperteile abzugeben. Überhaupt kein Problem. Ich will dann nur eine coole Geschichte haben. Ja, mal so einen Finger verlieren oder ein Ohr oder so. Kein Problem. Um ehrlich zu sein, auch so mal so ein Zeh. So einen kleinen Zeh einfach zu opfern. Kein Problem. Solange man dann eine coole Story hat. Das, finde ich, muss drin sein. Aber einfach nur mit dem Fahrrad fahren. Und dann zu Hause ankommen und merken, oh, die Finger sind kaputt. Jetzt habe ich auf jeden Fall Handschuhe. Thermo-Handschuhe. Die sind hochmodern. Da ist modernste Technik drin. Das sind Handschuhe, mit denen kann ich auch mein, äh, auch kaputtes Smartphone benutzen. Höchst modern. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also, wo gibt es hier Seehunde? Ich weiß nicht, ob Seehunde in der Höhle sind. Oder ob wir... Wahrscheinlich müssen wir vielleicht sogar nach, ähm, Lokmodern hoch, zu dem See oder was? Also, ich kenne mich jetzt nicht so gut. Obwohl, eigentlich so Robben und so, die leben auch im Schnee. Oder? Ich glaube, die leben auch auf Eis. Ist das nicht das, was Eisbären fressen? Hm. Also, mal schauen. Weil ich hätte schon gern Crusader Strike. Aktuell mache ich ja nämlich gar nichts. Aktuell mache ich es gar nichts. So, hier ist nichts. Ja, apropos Kneipen-Quiz, ne? Übrigens, äh, falls ihr noch was wisst, falls ihr noch was wisst, äh, gerne in den Chat, bitte. Gerne bitte in den Chat, weil ich glaube, ich weiß nicht genug für heute Abend Kneipen-Quiz. Ich will da natürlich gut performen. Und... Falls... Also, jetzt, ich sag mal nicht... Ich sag jetzt nicht, verschafft euch Zugang zum Rocket Bean Server und hackt die Fragen und gebt mir die Antworten. Das meine ich gar nicht. Das meine ich jetzt nicht. Aber, ne? Also, kann ja jeder machen, was er will. Also, ist ja erstmal strafrechtlich neutral, würde ich sagen. Ähm, aber... Falls ihr jetzt irgendwie Dinge wisst, die ich nicht weiß, gerne in den Chat. Falls euch da noch irgendwie was einfällt. Allzu viele Dinge dürfte es da eigentlich nicht geben. Aber... Guckt mal, irgendwie sowas, irgendwie Chemie oder so bin ich nicht so mega gut. Dass man irgendwie so sagt, so Redox-Redox-Reaktion oder so. Irgendwie sowas in der Richtung. Kann man denn hier was verkaufen? Relics of the Light. Moment, das ist doch ein Fehler, oder? Ich kann doch hier beim Magier-Lehrer nicht lernen. Cloth and Leather Armor Merchant. Okay. Kann es sein, dass es leicht verbuggt ist hier? Dass wir hier eine leichte Bugstation hier haben? Relics of the Light. Und der hat diesen Trainerknopf hier. Irgendwie... Irgendwie... Waren da wieder Seehunde im Code, oder was? So, jetzt haben wir ein, ähm, Silber. Jetzt können wir Judgment lernen. Jetzt ist natürlich... Jetzt mache ich mich natürlich ganz unbeliebt hier. Weil ich glaube, es gibt viele Paladine, die da sehr klare Vorstellungen haben, wie man hier Siegel... Warte mal, es war Siegel und Richturteil, ne? Siegel, Richturteil. Siegel... 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 Richturteil. Pong. Letztendlich hauen wir drauf. Building Inspiration. Hm, okay. Wir bauen Inspiration. Oh, hier hinten ist irgendwas. Felix Bucket of Boats. Da müssen wir jetzt vielleicht noch mal mit der Fünf-Sekunden-Regel, ähm, uns arrangieren. Wie ist es am schlauesten da, Richturteil und Judgment zu nehmen? Da machen wir uns später Gedanken. Danke. Der Staat China beansprucht das Eigentum an allen Pandas weltweit. Hoffe, es hilft im Quiz. Ey, danke dir. Wusste ich noch nicht. Ich meine, ich beanspruche auch Eigentum an allen Pandas in der Welt, aber... Würde es halt in der internationalen Presse noch nicht so ganz wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Aber ich erhebe auf jeden Fall, ähm, Anspruch. Sunny Hexi. Ja, jetzt guckst du. Ist auch so geil, weil man sieht nicht, ab wann die Person geklickt hat. Aha, da war ich schneller. Da war ich schneller. Aber auch eine geile Aktion. Einfach mal Anspruch erheben. Scalding Mon Brew Delivery failed. Ach Gott, wieder diese Timing-Quests. Leute, ich bin Paladin, ja. Ich mache die Dinge langsam. Langsam und gemütlich. Ja, da werden wir jetzt nicht hudeln. Wusst, da schnell, schnell geht da gar nichts. Pong. Pong. Yes, Mann! Pong. Ist Frobo, oder was? Wo ist Frobo? Ist Frobo schon dabei? Ach Gott, das ist jetzt wieder so ein wildes Geklicke, ne? Ja, das Problem ist, bei Kneipenquests kommen halt manchmal auch so Fragen über irgendwie Promis oder so, aktuelle Sachen, Zeitgeschehen. Und da habe ich halt überhaupt keine Ahnung. Das interessiert mich halt nicht. Das interessiert mich nicht so. Na ja, mal gucken. Ich bin ja im Team Wissen ist Macht Spaß mit Etienne Gardet. Und der hat ja diesen Quatschwissen-Podcast mit obskuren Sachen. Und das zeigt sich immer wieder als extrem hilfreich, muss ich ehrlich zugeben. Persönlich sehr unsympathisch, der Mensch. Aber sein Wissen ist beeindruckend. So, jetzt haben wir 10 Inspirationen Inspired. Filled with Inspiration. Und jetzt benutzen wir das. Learn Relic. Und Crusader Strike für Hands. Ah, jetzt kriege ich es automatisch. Ah, dann lernt man es. Hat man es hier im Buch? Ah, das hat man hier als Runenfähigkeit. Jetzt haben wir Crusader Strike. Instant Strike that causes 75% Weapon Damage. And regenerates 2% Mana. Und es kostet kein Mana? Crusader Strike kostet kein Mana? Okay. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt haben wir, jetzt, äh, jetzt freu ich mich. Okay, das ist cool. Das ist tatsächlich cool. Ja, gut, ist es nicht so mega viel. So, jetzt habe ich hier aber... Was ist das jetzt hier? Engraving. Engrave Gloves. Ach, das ist jetzt die Fähigkeit zu engraven. Ja, das haben wir aber hier auch im Buch. Okay, ich verstehe. Okay, interessantes Konzept. Ja, das macht auch schon mehr Spaß. Das heißt, die Idee ist... Wo ist das hin? Dann gehen wir nochmal zum Quest Hub zurück. Okay, das finde ich schon mal cool. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Vor allem mit der Mana-Regeneration. Okay, da spielt sich, glaube ich, Paladin schon ein gutes Stück besser. Paladin ist immer, finde ich, ähm... Das Nervigste, was man machen kann, ist andere Paladine mit, ähm, Blessing of Might buffen. Vor allem, wenn es ein höher leveliger Paladin ist als man selber. Und man bufft ihm und dann wispert man ihm, machst du ein bisschen mehr Damage. Vor allem, wenn er gerade nur so aufs Schiff wartet oder so. Macht keinen Kampf in der Nähe. Ich finde, als Paladin darf man andere Paladine ärgern, oder? Wir haben einfach nur mal ein sehr fragiles Ego. Muss man einfach sagen. So, jetzt kriegen wir neue Handschuhe. Naja, gut. A Refugee's Quandry. Das ist jetzt Scalding Hot. Scalding Hot. Anscheinend gibt's hier ein bisschen... Gibt's hier ein bisschen... Gibt's hier ein bisschen... Okay. Anscheinend gibt's hier leichte Verwirrung. Okay. Kein Problem. Bring back the mug. Ist es schon... Ist es schon Zeit für ein Makro? Für ein Reload-Makro? Sind wir schon so tief gesunken? Wie erhältst du die Runen? Auf unterschiedliche Art kann ich mir vorstellen. Also ich zum Beispiel musste jetzt gerade ein Item looten. Und dann 10 Seehunde finden. Die Seehunde so weit zähmen, dass sie mir folgen. Und dann musste ich sie auf meine Gegner schicken. Und dann konnte ich aus dem Item, das ich gelootet hab, dann die Fähigkeit machen, meine Items zu verzaubern. Mit diesen Runen. Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung, was dieses Seehund-Ding jetzt mit Paladin zu tun hat. Ob das irgendwie auch in der Lore irgendwie aufgefasst wird. Dass man da irgendwie dann... Dass der so eine Art Hunter wird oder so. Irgendwie, dass es so ein bisschen... Keine Ahnung. Aber man hat ja schon gehört, dass irgendwie die Klassen so ein bisschen verändert werden sollen. So von der Ausrichtung. Irgendwie es gibt Schurkentanks und Magierheiler. Vielleicht soll der Paladin auch mehr so in Richtung Jäger kommen und so. Das ist halt immer so die Frage, ne? Wie hast du deinen Krug wieder? So, sollen wir jetzt noch ewig nach diesen drei Trox suchen oder sollen wir einfach weiterziehen? Nee, komm, wir machen die Trollos noch. Die Trollolettos. Ja, aber F ist ein bisschen hart, oder? Für Blessing of Might. Ja, aber ich mach gleich auch noch die... Die Balken an, aber da bin ich jetzt zu faul. Küste! Küste! Oh ja, geil. Ich bin ja Zwerg. Das heißt, ich kann ja Kisten suchen. Nice. Ich werd so reich. Oh, geil. Stoffhose. Oh, 25 weniger Rüstung. Rein in die Höhle. Das ist ja hier kein Hardcore. Ich hab keine Angst vor Höhlen. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Ihr könnt mir gar nichts anhaben. Ihr könnt mir hier gar nichts anhaben. Aber was ist jetzt die Rotation? Also, Siegel? Wahrscheinlich erst mit Judgment Finishing, oder? Ist wahrscheinlich das Schlauste. Wir müssen noch ein bisschen an meinem Micro arbeiten. Ich baller hier einfach rein. Ist mir völlig egal, ob hier ein Boss ist oder nicht. Ist mir wirklich... Also, das ist mir wirklich egal. Aber man sollte bestens Judgment immer direkt nach einem Auto-Attack machen, wahrscheinlich, ne? Damit man nicht aus Versehen beim Auto-Attack dann kein Siegel drauf hat. Oh! Schöner Gürtel. Außer ein schönen Gürtel. So, wir sind Level 5. Schöner Gürtel. Und dann... Das war jetzt dumm, weil jetzt hatten wir beim... beim Angriff kein Siegel. Ja, das kriegen wir alles noch hin, wie wir das ideal machen. Langfristig will ich natürlich... Tanks sein. Wen sollte man anschreiben, wenn man in die Butterbande eingeladen werden möchte? Es gibt noch keine Butterbande. Butterbande wird heute erst noch gegründet. Dann laden wir alle ein. Oh, da müssen wir auch mal gucken, wie wir das mit den... Makros machen. Habe ich hier die Hardcore-Makros? Ah ja. Ah, shit. Das habe ich aber als Butterbube-spezifisches Makro aufgeschrieben. Oh, nee. Ja, da müssen wir gleich nochmal ein neues Makro schreiben für die Invites. Oh, nee. Das war komplex. Das war kompliziertes Makro mit... ähm... Sachen. Das ist natürlich schon schwierig. Das machen wir gleich. Trog. Ja, diese Trogs sind einfach, ähm... Die sind Bait. Trog Bait. So, schöner Hammer. Ach Gott, den Boss. Nee, das machen wir nicht mehr. Wir gehen jetzt, äh, nach Stormwind. Das war's. Vielen Dank. Äh, Zwergenstaat-Gebiet. Hat Spaß gemacht. Aber das war's. Wir gehen rüber. Ja, ist wahrscheinlich keine, äh, keine dumme Idee, sich kurz umzuloggen. Auf, äh, Butterbube und dann das Makro einfach rüber zu kopieren. Das ist wahrscheinlich das Simpelste. Wenn es nur bis Level 25 gibt, gibt's keine Mounts. Das ist richtig. Es, soweit ich mitbekommen habe, es gibt einen Mount für PvP, das aber nur in PvP-Zonen genutzt werden kann. Aber da kenne ich mich nicht aus. Aber ja, in der ersten Phase gibt es tatsächlich keine normalen Mounts, ja. Deswegen ist das hier die Maximalgeschwindigkeit. Also, falls euch das zu schnell ist, dann haben wir ein Problem. Falls euch das zu langsam ist, haben wir auch ein Problem. Weil das ist genau die Geschwindigkeit. Exakt das ist die Geschwindigkeit. Das ist genau die Geschwindigkeit. Aber geht, oder? Relativ gute Geschwindigkeit, finde ich. Ist in Ordnung. Können zwei Stunden lang die Küste entlang schwimmen. Werden wir auch machen. Werden wir auch machen. Oh, das ist das Makro. Gronok ist ein Makro-Experte. Jetzt stürzt hier. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier alles abstürzt. ähm, das ist run, Leerzeichen, Chat, Frame, Unterstrich, Open, Chat, Klammer auf, Anführungszeichen, Schräg, 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 G, In, Weit, Leerzeichen, Anführungszeichen, Klammer zu. Super. Dann lass uns am besten direkt die Bars anmachen. Ja, perfekt. So würde das aussehen. Perfekt. So, jetzt, ähm, können wir am besten direkt Berufe lernen. Dann können wir noch ein bisschen was sammeln. Makros muss man nicht speichern. Das ist schon alles in Ordnung. Und... Ja, was wird's? Welche Berufe schnappen wir uns? Welche Berufe schnappen wir uns? Volker Rachu, vielen Dank für den Sub. Herzlich willkommen. Hm. Paladin, finde ich, muss einfach Schmied sein, oder? Sorry, da bin ich oldschool. Chat sagt Ingenieur, aber ich finde Ingenieur und Paladin passt irgendwie nicht so gut zusammen. Ich finde, Paladin hat so eine gewisse... Ja, Kernigkeit. Ich nenne es mal Kernigkeit. Die ich mit Schmieden assoziiere. Und um ganz ehrlich zu sein, ich finde Verzauberungskonten tatsächlich auch sehr cool. Problem ist halt, man kann dann einen schlechten zweiten Beruf dazu nehmen. Schneiderei, klar. Aber kann ich jetzt die Sachen nicht tragen. Oder halt nur was sammeln, finde ich auch mal langweilig. Wenn ich was sammle, will ich es schon auch benutzen. Ist meine persönliche Sicht. Aber... Naja. Ja, komm, Bergbau. Bergbau muss schon sein. Bergbau muss schon sein. Auf der anderen Seite finden wir dann keine Kisten mehr, ne? Wenn wir jetzt Bergbau machen. Ist natürlich haarig. Aber Berg... Berg und Berg ist Zwergbau. Als Berg musst du Zwergbau spielen. Das geht, finde ich, gar nicht anders. Jetzt müssen wir nur gucken. So, wir haben hier... Ähm... Wie war das? Repair Banker Battlemaster Profession. Hm. Erste Hilfe machen wir nicht als Paladin, oder? Kochen. Boah, ich glaube, ich skippe das dieses Mal, ey. Das macht Spaß, wenn man es nötig hat. Aber wenn nicht, dann... Dann habe ich da keinen Bock drauf. Ey, ich bin... Ich bin diesmal faul... Faul-Modus. Hardcore war Hardcore-Modus. Jetzt bin ich wirklich Weichcore. Einfach komplett Weichcore-Modus angemacht. Komplett Weichcore. Journeyman Blacksmith. Da habe ich mich auch schon mit dem Chat gestritten, glaube ich, ne? Weil ich sage immer... Herstellungsberuf zuerst. Als erstes lernen. Also, wenn ich Schmied und Bergbau habe, dann immer Schmied als erstes lernen. Und Bergbau danach. Aber da haben wir uns auch schon intensiv gestritten. Ne, nicht erst Bergbau. Mir geht's... Also, ich verstehe natürlich, was ihr meint. Dass man natürlich erst sammelt. Aber mir geht's... Mir geht's jetzt gar nicht darum. Mir geht's einfach nur um den rein ästhetischen Aspekt davon, in welcher Reihenfolge man seine Berufe hier stehen hat. Mir geht's jetzt gar nicht um einen... Ich muss länger sammeln, damit ich schmieden kann. Das ist egal. Wir gehen davon aus, dass zwischen den beiden Erlernungen vier Sekunden liegen. Aber trotzdem ist es mir wichtig, immer erst... Den Herstellungsberuf zu sammeln. Immer erst Alchemie, dann Kräuterkunde, nie Kräuterkunde-Alchemie. Das geht für mich nicht. Das geht für mich nicht. In meiner Logik der Dinge... Ist man primär Schmied... Und man ist Bergbauer, um sein Schmiedewesen zu unterstützen. Deswegen ist man Schmied und Bergbauer. Deswegen erst Schmied, dann Bergbau. Wie oft wurdest du auf deinen Asmongold Hardcore Best-of angesprochen? Ich glaub, die Seite draußen ist jeden Tag zehnmal oder so. Also das war schon viel. Haben wir ja auch im Stream angeschaut. Gestern. Aber ist natürlich auch ein Ding. Kann verstehen, dass viele Leute sich freuen, wenn sie mich da sehen. Moment, jetzt müssen wir noch Bergbau, Find Minerals, müssen wir noch anmachen. Man isst doch die Vorspeise auch nicht nach dem Hauptgericht. Dann ist die Vorspeise nicht nach dem Hauptgericht. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Aber warum... Aber warum ist jetzt... Du meinst, die Vorspeise bereitet das Hauptgericht vor. Und du sagst, Bergbau bereitet sozusagen die Schmiedekunst vor. Ich mein, natürlich, ihr habt dahingehend recht, dass natürlich im Verarbeitungsprozess steht natürlich Bergbau vor Schmiedekunst. Ist ja klar. Aber wenn du jetzt einen Lebenslauf schreibst, wo du sagst, ich bin Schmied und Bergbau, würdest du sagen, Schmied und Bergbau. Nicht andersrum. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich finde, man definiert sich nach dem, was am Ende dabei rauskommen soll. Nicht, was davor noch alles passieren muss. So. Ein Koch muss auch, sagen wir mal, seine Zutaten einkaufen, bevor er sie kocht. Na gut, das ist natürlich schwer, weil es ein Teil vom gleichen Beruf ist. Aber gut, in der normalen Welt haben die meisten Leute halt nur einen Beruf, ne? Oder zwei, die nichts miteinander zu tun haben. Aber vielleicht gibt's auch einfach zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, Bergbau Schmiedekunst, Bergbau Schmieden und die anderen sagen, Schmieden Bergbau. Aber ich werde diese andere Fraktion für immer als Feind haben. Die sagt, Bergbau Schmiedekunst. Wird für mich immer ein Fremdkörper sein, muss ich ehrlich sagen. So, Tinkertown. Wir haben aktuelles Budget, liegt bei 1 Silber. Quasi der beste Schmied sucht sich das Erz selbst, nicht der beste Minenarbeiter verarbeitet sein Erz. Genau. Genau. Bergbau ist nur Mittel zum Zweck. Das ist ganz klar untergeordnet. Bergbau ist ganz klar der Schmiedekunst untergeordnet, weil es nur Mittel zum Zweck ist. Schmiedekunst ist das eigentliche Ziel. Wie finde ich Asmongolds Reaction auf Florentin am besten? Du kannst dir den Stream von gestern anschauen. Hier auf Twitch, auf Videos und in der gestrige Stream. Und dann kannst du mal so ein bisschen rumskippen. Dann machen wir das relativ am Anfang. Komm, zieh, 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 zieh. Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Yes. Geil. 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 So, Leute, wie sieht es eigentlich aus mit Adventskalender? Wie sieht es aus mit Adventskalendern? Hatte dir, hatte dir, äh, gute Beute heute. Ich habe dieses Jahr zwei Adventskalender. Beide von Holy. Ah, ich habe mich schon gut abgestaubt, sage ich mal. Vielleicht hole ich mir noch einen. 24 Rätsel lösen. Am ersten Tag schon. Herr PS hat einen Adventskalender, wo er jeden Tag 24 Rätsel lösen muss. Das ist schon, das ist krass. Finde ich aber eine gute Idee. Und bauen die dann auch aufeinander auf? Also, dass man sozusagen das Ergebnis vom ersten Tag braucht, um das Rätsel vom zweiten Tag zu lösen? Rubbellos Adventskalender. Hab 50 Cent gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch was. Ach, Leute, Sturmwind. Eigentlich müsste ich mal eine längere WoW-Pause machen, oder? Dass man wirklich wieder sagt, oh, geil, Sturmwind. Jetzt durch Hardcore ist das alles echt schon irgendwie nicht so lange her. Aber Sturmwind ist immer noch geil. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man Sturmwind durch den Hintereingang betritt, als wenn man es irgendwie vorne über die Zugbrücke und so oder über die Brücke betritt. Aber Sturmwind, und ich weiß, ich hab wieder viele wütende Nachrichten bekommen. Warum spielst du nur Horde, immer nur Allianz, immer so langweilig, immer das Gleiche. Aber sorry, guckt euch einfach mal Sturmwind an. Ich bin hier einfach zu Hause. Ich bin hier einfach zu Hause. Die engen Gassen. Die Gänge. Die Kanäle. Das ist einfach meine Heimat, muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, das ist für mich nicht das Gleiche wie Orgrimma. Und damit meine ich wirklich nur für mich ganz persönlich. Die Gummibärenbande? Aha, ich rieche schon Konkurrenz gehen. Gefällt mir ja gar nicht. Gefällt mir ja gar nicht. Die Horde Startgebiete sind so nice. Brachland, bestes Gebiet. Kann ich total verstehen. Wer das mag, glaube ich, liebt es dann auch. Aber ich bin damit einfach nicht warm geworden. Aber es ist halt auch einfach eine Kindheitssache. Wir könnten jetzt genauso drüber diskutieren, wessen Kindheitsort der beste ist. Naja. Jeder verbindet halt mit seinem eigenen die schönsten Erinnerungen und Gefühle. Und denkt bei dem anderen, hä, das ist ja nur ein hässlicher Bahnhof. Aber der eigene Bahnhof ist auch nur ein hässlicher Bahnhof. Aber es ist halt mein hässlicher Bahnhof. Deswegen. Schwierig. So, Freunde. Wir sind angekommen. In Stormwind. Und ich glaube, wenn wir jetzt genug Geld hätten, könnten wir die Gilden direkt gründen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir hier schon Leute finden. So. Guild Master. Guild Master. Oh, Cabbie. Cabbie, Alter. Was geht? Was geht, Cabbie? So. Guild. Stark. Danke. Zwei selber. Nice. So. How do I form a guild. Okay. Wir brauchen zehn Silber. Zehn Silber habe ich. Let's go. Kann ich den? Ich kann den nicht ansprechen. Ich kann den nicht ansprechen. Ist das wieder so? Wir haben genug Geld. Alles gut. Gut. Okay. Die... Alles klar, Leute. Wir haben genug. Danke euch. Okay. Es gibt schon eine Butterbande. Das ist natürlich schade. Dann machen wir nur Butterbande. Butterbande. Gibt's auch schon. Ich... Warum kann ich den nicht ansprechen? Be careful. What can I do for you? Tja. Wir könnten natürlich auch... Die Bande der Butter. Dann haben wir aber natürlich immer wieder dieses Artikel-Ding, ne? Dann haben wir natürlich immer dieses... Oh, es heißt das Butter, die Butter, der Butter... Die Bande der Butter. Können wir natürlich auch machen, ne? Oder irgendwie Season of Butter. Band of Butter finde ich gar nicht so schlecht. Band of Butters. Butterbund. Hm. Butterbund. Es ist echt schade, dass Leute mir das wegnehmen. Das ist natürlich blöd, aber damit muss man rechnen. Ähm. Das ist natürlich blöd. Oder Season... Is es dann Season of Butterung oder was? Hmm. Butter Saison. Genau. Ich weiß, dass die Bande existiert, aber wir wollen hier eine eigene Bande gründen. Ich will hier eine eigene Bande aufmachen. Das Butterbande. Der wird dir die Gilde geben. Okay. Bitte, ganz kurz nochmal, bitte die... Eine Riesenbitte. Bitte macht das nicht. Bitte nehmt mir nicht den Namen weg. Lasst den Namen einfach und dann mach ich die Gilde auf und dann ist alles gut. Bitte. Oder schreibt mir zumindest, wenn ihr sowas machen wollt. Dann klären wir das ab. Dann regeln wir das. Aber ich find das ganz, 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 ganz uncool, wenn jemand auf eigene Faust einfach den Namen klaut. Okay, wenn wir das machen können, dass die Person komplett... Weil ich muss halt einfach die Kontrolle über die Gilde haben können, sonst ist es blöd. Sonst ist es echt blöd, weil ich kann sonst nicht garantieren, dass wir das wirklich vernünftig machen können. Also, wenn das wirklich klappt, dass ich dann wirklich alle Rechte habe, können wir das machen. Weil sonst hat irgendein random Typ dann die Macht und schmeißt alle raus oder irgendwie macht irgendwelche Trollereien oder so. Das geht halt nicht. Das ist halt echt blöd. Wenn das wirklich geht, dass da man komplett die Rechte übergeben kann, können wir das machen. Aber das ist richtig, richtig uncool. Wenn ihr sowas machen wollt, bitte schreibt mir gerne und wir regeln das alles. Wir klären das und wir machen da eine Strategie. Aber so ist echt blöd, so ist echt blöd leider. Aber wenn das wirklich geht, dass man komplett alle Rechte übertragen kann, dann lad mich gerne ein. Und dann machen wir das, aber bitte macht es nicht auf eigene Faust. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Das wäre mir sehr, sehr lieb. So, kannst du mich zum Leiter machen? Okay, er ist offline. Ja, das ist halt leider nicht so cool. Aber kriegen wir alles hin, kein Problem. Das ist, ähm, G-Lied, glaube ich, ne? Der wollte den Namen nur sichern, find's okay. Ja, absolut. Aber bitte, dann klärt das mit mir ab am besten. Das ist einfach immer ganz unangenehm, wenn man das einfach auf eigene Faust macht, mir den Namen wegnimmt und dann haben wir jetzt so eine Situation, dass wir jetzt irgendwie random nicht wissen, was los ist. Weil ich kann jetzt nicht Leute in eine Gilde einladen, wo ich nicht weiß, was jetzt passiert. Irgendwann kommt der Typ und trollt und schmeißt alle raus und ist halt blöd, ne? Das ist halt einfach zu trollanfällig. Das ist halt leider ein bisschen ungünstig. Jetzt ist die Frage, wenn der jetzt nicht wieder offline kommt, können wir nichts machen, leider. Können wir gar nichts machen, der Name ist weg. Der ist jetzt einfach offline, oder was? Wer hat denn Butterbande? Also nur Butterbande ohne die. Weil irgendjemand muss ja auch Butterbande ohne die haben, oder? Oder hat es sich so jemand genommen? Haben wir hier... Ist hier jemand in der Gilde? Okay. Ich glaube... Das müssen wir mal anders machen. Der hat irgendwie einen Cooldown oder so, glaube ich, dass man den nicht so oft ansprechen kann. Ach ja. Ich meine, ich weiß nicht. Ich meine, wir können natürlich sowas machen. Okay. Jetzt haben wir nur Butterbande. Schauen wir mal, ob das klappt. Hat sich auch ausgelockt. Ja, das ist ein Troll anscheinend. Das ist ein Troll, der absichtlich die Namen klaut und dann offline geht. Ach ja. Okay, dann müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Das ist natürlich cool. Ich meine, wir können natürlich auch... Ich meine, der klaut mir jetzt natürlich alle Namen, die ich sage, ne? Warte mal, ich muss kurz... Ich weiß nicht, wie man das Wort schreibt. Ich meine, wir können natürlich auch mal in die andere Richtung gehen. Ja, ist blöd, ne? Ich muss jetzt irgendwas Dummes festlegen, was dann alle verwirrt. Ich meine, wir können natürlich... Ich meine, wir können natürlich... Ja, ist jetzt blöd, ne? Ist jetzt blöd. Ich muss jetzt irgendeine willkürliche Entscheidung treffen. Ah, warte mal. Ja. 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 Das war's für heute. Ich muss mal ganz kurz warten, weil der aktuelle Die Butterbandenbesitzer ist gerade noch online. Vielleicht finden wir da noch eine diplomatische Lösung. Diverse Lösegeldverhandlungen sind gerade im Gange. Ich meine, ich habe aktuell 13 Silber. Ich habe 13 Silber. Ich habe 14 Silber. Es tut mir leid, es war blöd für euch. Ich weiß, aber können wir nichts machen. Für die Allianz. Ich habe 14 Silber. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, Palaxe ist am Start, Kurano, Butter-Yoga Bitte hört auf mit den Ninja-Invites, bitte, bitte tut mir den Gefallen So, ich glaube Wir haben Wir haben neun Mitglieder T-Shirt, Schädelmädel, Adiela, Angarela, Monocle, Funkur, Kurano Ah, Kurano ist wieder mit am Start Butterbart, Butter-Yoga Und ich glaube, damit können wir offiziell Die Gilde registrieren Herzlich willkommen, meine Damen und Herren In der Band of Butter Wir stehen hier zusammen We lucky few We Band of Butter Sind wir hier heute gestartet Ein neuer Ein neues Kapitel beginnt Ein neues Abenteuer beginnt Und wir starten In die Season of Discovery Es gibt viele Dinge, die wir hier gemeinsam entdecken wollen Und wir tun es natürlich als Gemeinschaft Als Gemeinde Ich lade jeden ein, der mich anschreibt Aber bitte hört auf, mich zu entweiten Das wäre sehr, sehr nett Vielen, vielen Dank Das ist super nett von euch Okay Jesus, Jesus Okay, das dauert jetzt natürlich eine Weile Wir müssen erstmal einladen Rahmschnitte am Start Anum, Varimen am Start Indigna am Start Bernie Ist mit am Start Jesus Es ist zu viel Es ist zu viel Ganz entspannt Ganz entspannt, Leute Jeder wird eingeladen Kein Problem So Wir werden natürlich im Laufe der Zeit Auch Offiziere benennen Die dann natürlich auch einladen können Aber Klar, ich bin das ja schon gewohnt Dass die meisten direkt mich anschreiben Ist auch kein Problem Wir werden jetzt wahrscheinlich Erstmal einladen Bis voll ist Was wahrscheinlich eine Weile dauern kann Tut mir bitte den Gefallen Und ladet mich nicht ein Das ist immer sehr nervig Meine generelle WoW-Regel ist Wer einlädt, ohne davor geschrieben zu haben Wird immer abgelehnt Falls ihr irgendwas möchtet Falls ihr mit mir reden wollt Könnt immer gerne schreiben Oder irgendein Anliegen Habt immer gerne Aber bitte nicht Ninja entweiten Das ist immer sehr nervig Aber Kriegen wir alles hin Holy Moly ist am Start Sehr schön Butterbiene Ja, da sind schon einige bekannte Leute mit dabei Ja, das ist Das sind die Aufgaben Eines Gildenleiters Ich hab's mir auch nicht ausgesucht Thorwald ist am Start Thorwald Alter Warte mal Was spielt Thorwald Haben wir wieder Haben wir wieder hier Heiler Ja, ich weiß nicht Vielleicht spiele ich diesmal selber auch Heiler Und dann können wir Können wir uns mal abwechseln Aktuell Ist aber geplant Tank zu spielen Ich glaube ich lege mir das hier mal gerade Mal gucken Ob wir heute schon die 1000 voll kriegen Kriegen wir hin Kriegen wir hin Ich glaube wir müssen mal das Fenster größer machen Damit wird er so einigermaßen hinterher kommen Der Typ hat auch schon einiges gesehen Der Der Aldrin Loughlin Der hat auch schon einiges hinter sich Wie wir hier jedes Mal zusammenkommen Aber ist doch immer wieder schön Hier auch bekannte Namen zu sehen Entweder aus Hardcore Oder Natürlich aus der Season of Mastery Zeit Aus der Classic Zeit Oder einfach DSA Namen Hier Mengbilla Da kommt man immer zusammen Das ist wie so ein geheimer Code Da ist man Röbel Fröbel Carry Gold Ist mit dabei Vegane Butter Ist mit dabei Melemi Ist mit dabei Aber ja Freut mich zu sehen Dass Leute Bock haben Auf Season of Mastery Und Als weiterer Hinweis Ihr könnt auch In den Discord kommen Falls ihr möchtet Butter Ausrufzeichen Butter Discord Kriegt ihr einen Link Und dann Könnt ihr da Mit dabei sein Und dann Schauen wir mal Ob wir heute schon die 1000 Vollkriegen Und dann müssen wir uns Irgendein System überlegen Ich bin ja immer so Für diese Essay Lösung Schreib uns ein Essay Warum wir gerade dich In die Gilde Aufnehmen sollten Persönliche Bewerbungsgespräche Können wir da Natürlich auch Abhalten Ansonsten Gustl ist am Start Wo ist der Clockwood Sinter Der Kranzmann Alle mit dabei Das sind Das werden Unsere zukünftigen Top Truppen sein Weil ich hab auch Bock Auf Dungeons Natürlich Wir wissen natürlich Nicht wie schwer Dieser 10 Personen Dungeon Sein wird Hat einfach Jemand Butter Genommen Einfach als Name Butter Bärbel am Start Ich frag mich Also das einzige Worauf ich noch warte Ist dass mal irgendwo So im internationalen WoW Reddit Mal so ein Post Auftaucht Warum haben eigentlich Die Hälfte der Spieler Butter im Namen Was zur Hölle Ist da los Weil jetzt jemand Der überhaupt Irgendwie keine Ahnung Davon hat Der wird sich auch fragen Also unabhängig Jetzt von der Gilde Wird man sich ja Irgendwann fragen Was ist da Eigentlich los Und irgendwann Dann so ein Artikel Von der New York Times Strange Butter Phenomenon In World's Largest MMOE MMOE MMUERPG Massive Multiplayer Online Enjoyment Roleplay Game Denn wir alle Spielen natürlich WoW zum Genuss Ah Ifalna Ja 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 Ifalna Was war denn Eigentlich diese Diese Priesterin Die dann irgendwann In so eine krasse Gilde gewechselt ist Auf Hardcore Die meinte Ich gehe jetzt In eine Raid Gilde Was ist aus der Geworden eigentlich Wir müssen irgendwann In ein paar Monaten Oder so Schauen wir auch nochmal In die Hardcore Butter Bande Einfach nur um zu sehen Wer noch lebt Einfach nur um zu sehen Wer da noch lebt Wer in der Ecke hängt Und sagt Ich lebe noch Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben So Aber ich glaube Wir kommen langsam Langsam Lichtet es sich Bubble Boy Der Wadlweißer Wo ist der Narum Ist dabei Wo ist der Nike Der Bald Sauerrahmen Ja gut Bin ich mal gespannt Was der höchste Level Aktuell in der Gilde ist Wenn ich gleich mal gucke Ob wir schon 25er haben Genau Ich Ernenne auch noch Offiziere Keine Angst Aber die Leute Schreiben in der Regel Einfach mich direkt an Und ich denke mir mal Weißt du Die Leute schreiben mich an Und dann kann ich Entweder zurückschreiben Hey Wende dich bitte An Offizier XY Der lädt dich ein Oder ich lade die Person Direkt ein Und da ist es ja leichter Die Person Direkt einzuladen Als Tausendmal zu antworten Hey Whisper bitte Person XY an Die lädt dich ein Dann mache ich es halt schnell selber so Ist Ist für mich sinnvoller Anstatt mir ein Makro zu bauen Hey Whisper die Person an Dann ist der gerade nicht online Der Offizier Dann schreibt die Person mir zurück Ja aber der ist aber gerade nicht online Und dann denke ich mir ja Okay jetzt muss ich nochmal Darauf reagieren Und dann doch einladen Das ist einfach Funktioniert einfach nicht Ist ja auch kein Problem Ich sehe das als Ehre Einfach mal jedem hier die Hand Geben zu dürfen Einfach mal zu sagen Hey Hier grüßt der Gildenleiter Noch jedes neue Mitglied Selber Einfach einmal Per Handschlag Zu sagen Willkommen im Team Du bist unsere Zukunft Du bist vielleicht Unser wichtigstes Mitglied Ich freue mich An deiner Seite Diese Abenteuer erleben zu dürfen Die uns vorausstehen Und ich hoffe Dass ich mich auf dich verlassen kann Dass wir Gemeinsam Alle Herausforderungen Meistern können Mit Sokrates Ich meine Da klopft Sokrates An die Tür Glaubst du Da schicke ich irgendeinen Offizier Um den zu entweiten Nein Wenn Sokrates Bei dir zu Hause Reinkommen will Dann ist das ja klar Da gibt man natürlich Selber nochmal die Hand Ist ja logisch Und mal nebenbei Auch ein gutes Training Für meinen kleinen Finger Ich habe euch ja gesagt Ich will meinen linken Kleinen Finger Trainieren Und das ist natürlich Auch gut Weil Ich hier mit Shift Immer den Namen Einsetzen muss Und das ist Ein gutes Training Müssen wir gleich Auch noch den Chatbefehl ändern Ah Beer Gun Ist mit am Start Alter Beer Gun Ey Beer Gun War doch Beer Gun War doch Season of Mastery Oder War das nicht Der Main Tank In Season of Mastery Karazan Also irgendwas Erinnere mich damals Krieger damals In Burning Crusade Oder so Kann das sein Das sind gute Leute Das sind gute Leute Das wird eine starke Kräftige Gilde Das wird eine starke Kräftige Gilde Na gut Es klingt jetzt natürlich So ein bisschen Wie Florentins Dream Auf Wish bestellt Anstatt den Butterbuben In der Butterbande Spielen wir jetzt Den Butterbub In der Band of Butter Es klingt so ein bisschen Wie die Die billige Nachahmung Aber ja So ist das nun mal Also Das ist wenn du dir Irgendwie die Butterbande Zu Weihnachten wünschst Und die Oma geht Irgendwie in Hertie Und das ist doch Das gleiche Nein Oma Du hast die Band of Butter Gekauft Das ist nicht die Butterbande Das ist doch nicht das gleiche Tja aber so ist das nun mal Es gibt Kinder Die sind mit Disney Aufgewachsen Und es gibt Kinder Die sind mit Dingo Aufgewachsen Und das ist jetzt halt Hier mal Eine Gilde Für die ganzen Dingo Kinder Die ihr ganzes Leben Nie irgendwie Die richtig guten Sachen hatten Sondern immer so Die Billo Sachen Oder die Die einfach Falsch gekauft wurden Wo die Eltern Einfach auch Einfach auf Falsche Bewerbung Reingefallen sind Okay Ich glaube wir haben's Soweit Ich meine das wird natürlich Heute noch Weiter gehen Deswegen Meine Bitte an euch Ich weiß klar Trolle nutzen das aus Wir machen das genaue Gegenteil Aber nur Als Bitte an euch Bitte Whispert mich nur an Wenn ihr eingeladen werden Wollt heute Dann können wir das So ein bisschen beschleunigen Weil ich lade einfach Jeden ein Der mich anwhispert Deswegen bitte Falls ihr irgendwie Kommunizieren wollt Können wir das auch gerne Über den Twitch Chat machen Ansonsten einfach Um das heute Vielleicht ein bisschen Zu entschlacken Bitte nur Für Invite Anwhispern Und keine Ninja Invites Das wäre super Danke euch Schauen wir mal Wie es läuft Ich könnte schon Level 6 sein Freunde Ich könnte schon Einer der besten Schmiede aller Zeiten So Fett Glückwunsch an die Leute Die den Namen Der den Namen Fett noch bekommen hat Einfach So jetzt auch mal Die Schätzung Wie viele Leute Haben wir in der Gilde Ich sage 320 Ah Okay 370 Nice Schauen wir mal Was haben wir denn so In der Level Kategorie Level 17 Von Flopf Okay Flopf ist unser Bester Performer Aktuell Ja gut Ihr Lieben Jetzt sind natürlich Nicht mehr viele Leute Hier Ich möchte euch noch sagen Alles Gute Es gibt viele Viele Geheimnisse In dieser Welt Zu finden Gemeinsam können wir sie Auf jeden Fall entdecken Helft euch Wo ihr euch seht Tragt den Namen Band of Butter Ein wenig mit Charme Aber auch Mit ein bisschen Stolz Denkt immer daran Ihr seid dafür verantwortlich Was die Band of Butter ist Ist es ein billiges Nachmachungsimitat Der Original Butter Bande Oder kann die Band of Butter Sogar noch über die Original Butter Bande Hinauswachsen Es liegt Nur An euch Geht raus Mit Güte Höflichkeit Und Hilfsbereitschaft Und wir werden Jedes Abenteuer bestehen Das uns hier In den Weg Geworfen wird Es ist mir eine große Ehre Wieder mit euch An meiner Seite In dieses Abenteuer Ziehen zu dürfen Ihr Die Band of Butter Viel Spaß Haut rein Let's go Ciao Los geht's Sprint 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 Ähm Mal gucken Wo legen wir das Makro denn hin Hier vielleicht Ja Okay Haben wir auf jeden Fall Eine kleine Kleine Fingeraktion So Freunde Jetzt geht's los Jetzt haben wir hier Schon wieder so viel Zeit Verbraucht Jetzt geht's los Let's go Der Grantlhuber Was ist der Grantlhuber Der Grantlhuber Yonder Ich sehe das Warte mal Dip 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 Nee das ist ein dummer Hotkey Das ist ein dummer Hotkey So jetzt müssen wir auch Überhaupt erstmal Schauen Äh Wo wir hingehen Dip Dip Shift F Shift Click 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 Das wird jetzt noch eine Weile so weitergehen Aber kein Problem Gut Los geht's So Wollen wir noch mal hier Rein in das Startgebiet Ist wahrscheinlich auch nicht so schlau, ne? Ich glaube Warte mal, ich würde hier jetzt mal Gilde ausblenden, ehrlich gesagt Damit das ein bisschen übersichtlicher ist Heute, nur für heute Okay Da haben wir doch schon einige Leute dabei Da sind wir vielleicht sogar heute Schon beim Einladungsstopp, ne? Mich nervt auch ein bisschen Dass ich noch keine einzige Ader gefunden habe So Okay, Leute Wald von Elvin Angekommen Ja, wir machen das wahrscheinlich Ihr habt recht Ganz kurz Wir machen das wahrscheinlich So wie beim letzten Mal Wie war das denn noch mal? Create new window So Und da machen wir nur Whisper Das ist wahrscheinlich Das schlauste Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt Dieses Geräusch vom Whisper Kann man das auch irgendwie ausstellen? Weiß ich gar nicht Okay, Leute Ich sag mal so Bisher Also wenn Wenn Season of Discovery Eine Staffel wäre Dann wäre die erste Folge Eher so mau gewesen Eher so 3,5 Auf IMDb Merkwürdiger Handlungsstruktur Die Figuren haben irgendwie Komische Namen Äh Und irgendwie für mich Klappt's auch nicht so ganz Und dann schreibt jemand anders Ne, du musst dranbleiben Das wird noch besser Mhm Das wird noch besser Lass uns hier mal Am besten Direkt den Ruhestein binden Nicht damit ich irgendwie Aus Dummheit Wieder zurück In den Oh, warte mal Ah, warte mal Jetzt hab ich irgendwie die Friendly Nameplates Okay Verstehe Verstehe Hey there See you around So Bag of Marbles Level 7 sind die schon Sind wir schon Sind wir schon zu Zu low level Ich glaube nicht, oder Ach ja Shift R Hat's not grinding ein bisschen Kein Problem Zu nem Clip vom Tod des Kriegers Findest du hier auf Twitch Oder auf YouTube Ähm Im letzten Hardcore VOD Ey, Elvin ist einfach Immer wieder ein Traum Ich sag's euch Ist immer wieder ein Traum Einfach Ich kann das gar nicht anders Beschreiben Es ist ein Traum Bitte Es ist einfach ein Traum Nach all den Jahren Habe ich immer noch Diese nostalgischen Gefühle Musik in Elvin ist das Beste Ja, absolut Wird für mich natürlich auch nochmal Verstärkt durch Elimania Weil bei Elimania Irgendwie dieses Elvin Theme Einfach konstant Rauf und runter Gespielt wurde Ja, das war glaube ich Einer der tödlichsten Mobs in Hardcore Waren diese Kobold Tunnel Da sind richtig viele Leute Drauf gegangen Aber hat uns Einfach nicht Zu interessieren Okay, hier ist schon Hier ist schon viel los Hier ist schon Eine Menge los Oh Oh Okay 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 Ja, vielleicht Vielleicht grinden wir einfach nur Oder? Ich glaube es ist fast schneller Als wenn wir hier jetzt ewig Die einzelnen Mobs abwarten Können einfach grinden Tja Tja, wie machen wir das? Ich glaube hier ist einfach zu viel los Können ja erstmal andere Quests machen Ich habe das Gefühl Irgendwie alle Alle Mobs sind hart umkämpft Egal welche Hallo See you later Hey there How are you? Jesus Christ Man kann nicht mal Quests annehmen Ah Genau Mache ich gleich Ich habe hier ist ganz entspannt Gleich die Die Ausrufezeichen Die Fehler Hallo Hello there Tu es Druido Bitte sein Jäger Ne, du bist ein Druide Schade Was ist das hier? Give Jared a drink Das wird ein bisschen anstrengend Oder? Kann das sein? Kann das sein, dass es ein bisschen anstrengend wird? Ja, mal gucken Es gibt immer so zwei Strategien Entweder man Prescht selber voran Oder man lässt die Masse an sich vorbeiziehen Vielleicht schaffen wir es, dass die größte Masse so ein bisschen an uns vorbeigeht Weil heute Abend werden wahrscheinlich viele spielen Und morgen Komme ich auch erst Zum Abends dazu Also Rotation ist Judgment Crusader Strike Invite 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 Judgment Crusader Strike Okay Wie da gleich direkt drei Leute sind Hier Come on Zieh 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 Tu es Tu es Tu es Tu es Tu es Failed Yes Ach stimmt Man hat da mehr als ein Ne Ja Ich erinnere mich Ich erinnere mich Aber ich glaube Jetzt können wir langsam Entspannt hier loslegen Wandering Swordsman Wer ist das denn Ist das für den Für den Krieger Als für seine Rune Oder was Okay cool Well thought Take this as a token of my appreciation Ja wahrscheinlich sind das diese Runen Okay cool Müssen also gucken Wo man überall diese Runen finden kann Oh kriegen wir hier einen Tandler Tudel Nice Nice Ich meine wir können den Es ist natürlich Es gibt keine Hardcore Regeln Aber wir können natürlich auch einfach Hardcore spielen Indem wir sagen Wenn wir sterben Löschen wir den Charakter Geht natürlich auch Das geht natürlich immer Ah hier ist Ist hier Princess Hier sind auf jeden Fall Eine Menge Wassermelonen Wachsen so Wassermelonen Einfach wie so Kürmisse Oder ist das ein Gag Ist das nicht merkwürdig Dass in so einer Mittelalterlichen Agrarwelt Dann Wassermelonen Angebaut werden Nutzt sich das überhaupt Wassermelonen anzubauen Was ist Season of Discovery Ausrufezeichen S.O.D. Kriegst du eine Erklärung Ich Die Frage wird Heute sehr sehr oft Im Stream kommen Und ich möchte das nicht Alle 5 Minuten erklären Deswegen einfach Ausrufezeichen S.O.D. Kriegst du eine kurze Erklärung Was das Ganze ist Und dann könnt ihr da Entspannt Euch informieren Gut Das ist natürlich jetzt ein bisschen Eine geringe Mobdichte hier Das ist schon Nicht so gut Ich glaube ich bringe einfach Alles um Was ich sehe So Crusader Strike Judgment Invite Okay Kriegen wir doch hin Ey was das für ein Segen ist Dieser Crusader Strike Regeneriert Mana Und kostet selber Kein Mana Ey wie unglaublich gut Das ist Ich bin ja eh immer Großer Fan von Fähigkeiten Die kein Mana kosten Ich bin aber generell Eher so ein Gratis Typ Ich weiß nicht Ist vielleicht komisch Aber irgendwie mag ich es Lieber wenn Dinge Wenig kosten Als wenn die viel kosten Keine Ahnung Ist eher Ist eher meins Oh Level 8 Schaffen wir den überhaupt Oh 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 Ist das da schon der erste Tod Der erste Tod Das Butter Bub Sehr gut Sehr gut Stark Absolut stark Ruhig geblieben Drangeblieben So muss es sein Ich sage immer Besser als gutes Essen Ist nur billiges Essen Ja Ich bin aber trotzdem Generell ein Fan Von billigen Also schäbigen Und schlechten Das ist eher meins Yes Level 6 Kein Problem Ah die haben wir doch Ganz gut um Oh der hat kein Loot Okay hatte nichts dabei Ich hab ja nix Na was Ich hab ja nix dabei Ich hab ja gar nix Ein Winter Ein Winter Ein Winter Also Nein Erz darf ich natürlich Nicht verkaufen Also Ich bin ja wirklich Ein Bergbauer Ein Bergbauer Der sein Erz Verkauft Okay Okay Wildschweinfleisch Wildschweinfleisch Wir haben auch noch Eine Menge Post Wahrscheinlich mit Geld Das kann ich jetzt Natürlich nicht mehr Annehmen Jetzt wo die Gilde Schon existiert Practice Sword 3,7 Aber ich kann noch Keine Schwerter Lernen Kann noch keine Schwerter Führen Ja Paladin muss eigentlich Immer ein Hammer sein Paladin ist eigentlich Schon immer ein Hammer Aber Mana geht sehr Sehr gut Also Mana ist ja Gar kein Problem Das ist schon Ich glaub ich warte auf den Weißen Treffer Doppel Parry Alter Na gut er ist Level 8 Oh Ist das schon der Tod Ist das schon der Tod Ja so viel Dodge Ne Kommen wir heilen einmal Ist das wert Das ist schon Ist schon nicht ganz ohne Wie der Twitch Chat Sagen würde Was ist das denn Fire Beetle Der gehört hier aber nicht hin Oder Ist das ein Geheimnis Droppt der was Fire Beetle Hätte man hier Hätte man hier eine Irgendwie eine Rune Wir müssen mal gucken Man kriegt dann vielleicht Manchmal diesen Inspirationen Buff Oder so ne Der Käfer ist eine der wesentlichsten Neuerungen In Season of Discovery Ja und da sagt man nochmal Blizzard würde sich nichts einfallen lassen Also ich finde das ist natürlich Klar Classic Plus Ist Hab ich ja oft erklärt Ist schwer umzusetzen Und Sehr mutig Jetzt mit solchen Änderungen Mal gucken wie das Oh Level 8 Come on let's go Let's go I'm out of range Can't cast that yet Can't cast that yet Tja sollen wir es versuchen mit der Mine Eine Mine Oder sollen wir erstmal leveln Mit Level 6 Ich bring hier alles um Ich bring hier alles um auf Sicht Ah da verliert man aber einen Einen Treffer mit Ziel Da muss man schon gucken Wie wir das machen Man muss eigentlich direkt nach dem Treffer Judgment machen Bisher wirkt der Strike sehr stark Ja auf jeden Fall Der Strike ist mega stark Vor allem der ist Der skaliert ja komplett ne Also der macht 75% Waffenschaden Also Muss man auch nie austauschen So Ja wahrscheinlich Es ist gar nicht so gut mit Judgment anzufangen Den Kampf Weil dann verliert man auf dem nächsten Auto Den Seel Bonus Damage Wahrscheinlich erst Crusader Strike Dann den weißen Hit abwarten Und dann Judgment Und dann direkt Ziel wieder nach Carsten Da müssen wir mal gucken Stellt Mana her Genau 2% Mana Und kostet selber kein Mana Der Crusader Strike Schon sehr gut Mal gucken was wir da alles noch cooles kriegen Hier Mit den Runen Direkt die nächste Mine So Ich glaube das Schwert verkaufe ich Werde ich ja eh nicht kriegen Jetzt den Waffenskill Ich glaube der kostet 90 Silber oder so So hier Paladin Lehrer Was hast du für mich Holy Light Divine Protection Seal of the Crusader Judge an enemy Increasing holy damage taken by up to 20 A melee strikes will refresh the spell's duration Aha Also das muss man dann dauerhaft auf dem Gegner drauf haben Oder wie Ist das die Idee Ah und das ist wirklich ein vergelter Ding Also man eröffnet mit dem und hat dann den Holy Debuff für den gesamten Kampf Und danach macht man das andere Siegel Übrigens wir brauchen noch Wir brauchen noch Wissen ne Übrigens für Kneipenquiz heute Abend Wir brauchen noch Kneipenquiz Wissen Falls ihr irgendwas wisst Her damit Jetzt nicht egoistisch sein von wegen Das ist mein Wissen Das ist mein Wissen Das gebe ich nicht her Ne geht jetzt Gibt es jetzt gar nicht gerade Gibt es jetzt gerade gar nicht Da müssen wir jetzt wirklich auch Gemeinsam zusammenarbeiten Tuba ist das Instrument des Jahres So Guck mal Das ist doch was Das könnte abgefragt werden Wer ist in deinem Team Wir sind im Team Wissen ist Spaß Wissen Ist macht Spaß Mit Marc-Oliver Lehmann Lisa Und Ähm Hier wie heißt er Äh der Typ hier von Giga Dings Ähm Wie heißt der nochmal Hier Martin Nicht Martin Gieselmetter Äh 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 Kreotin Ähm Kreolin Kremonier Ne Warte Wie ist der Krendolin Mann ey Wie hieß der denn Krando Walter 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 Kaiserschnitt Ich weiß es nicht mehr genau Klump Dummbrink Ich glaube Klump Dummbrink Glaube ich war der Name Genau Klump Doch Klump Dummbrink Genau Von Giga Früher Klump Dummbrink Ist noch in meinem Team Und damit sind wir vollzählig Das Team Wissen ist Macht Spaß Zum Glück ist mir das noch eingefallen Das wäre jetzt richtig peinlich geworden Heute Abend So jetzt haben wir den Debuff Increases Holy Damage Da müssen wir gucken Wie das Blut ist Hier einfach Incense Scherben Alle Müssen wir Goldzahn Überhaupt töten Haben wir das schon Nee Haben wir noch gar nicht Jetzt bin ich in der Gruppe Mit Eleanor Musaider Strike Ist natürlich auch super Zum Taggen Woher fahrt wir hier Goldtooth Ich brauche den eigentlich gar nicht Ich glaube ich gehe hier nochmal raus Wie die alle so ganz mysteriös Da hinstarren Wie die einfach so In die Gegend starren Wo sie denken Dass jemand auftaucht Wahrscheinlich einfach das sinnvollste Einfach einen zu campen Jetzt haben wir doch mal Mana Probleme Penance hat der schon Priester hat Penance Wow Vor allem das geile ist Man freut sich so krass Über diese Zauber Dass man sie so low level hat So wie es halt einfach in Retail ist Was einen so richtig freut An Season of Discovery ist Dass es ein bisschen wie Retail ist Wo sich natürlich die Frage auch stellt Warum spielen wir nicht Retail Wow Ich habe schon mehr als ein Spell Auf Level 6 Wahnsinn Diese Season of Discovery Ist ja unglaublich Aber macht auch Spaß Ist doch nicht Aber warte mal, diese Erkundungsquest haben wir doch schon geschafft, oder? Aber da haben wir dann die Anschluss bekommen. Wahrscheinlich ist es die Folgequest auf diese Golddust-Nummer. Ja, Leute, ich weiß nicht, habe ich jetzt Bock, mich da durchzuquälen durch diese Kobolde? Ist das jetzt wirklich mein Nachmittag, hier direkt zu taggen, wie blöd? Ist das jetzt mein Leben? Ist das mein Leben? Gut, die haben natürlich auch einen ordentlichen Respawn hier. Ja, ich glaube, die beste Strategie ist, nicht durch die Gegend zu rennen, sondern sich wirklich einen Spawnpunkt auszusuchen und da zu campen, so wie die beiden es machen. Palakse, das tut mir leid, mein Freund. Da war ich schneller als du. Tut mir leid. Aber hier, kriegst du einen Segen. Leute, wir spielen jetzt halt einfach wieder WoW, ne? Es kommt langsam die Realisierung. Wir daddeln jetzt halt einfach wieder WoW. Es ist jetzt einfach WoW, ne? Gibt's noch irgendwo einen Spawnpunkt, wo noch niemand ist? Hier vielleicht. Aber hier kommen halt alle rein, ne? Naja. Ist das mein Spawnpunkt? Das ist doch albern, oder? Das ist doch albern. Wir haben vier Gold Dust. Large Candle haben wir zumindest jetzt mal abgeschlossen. Aber noch nicht Gold Dust. Ich muss mir einen Brownie holen beim Bäcker. Alter! Bei welchem Bäcker gibt's denn Brownies? Wie groß sind die? Sind es diese kleinen Mini-Brownies? Diese 2-Biss-Brownies? Oder sind es so richtige Lappen? So richtige Kacheln. So eine richtige Brownie-Kachel einfach. So ein richtiger Teller. So ein Brownie, der muss so groß sein wie der Teller. Stadtparkbäcker. Ja, geil. Rein da. Rein da, ey. Ach man, mich nervt's. Ich bin, ich bin, ich bin nicht im Grind-Modus. Mich macht das wahnsinnig. Wir brauchen keinen Goldzahn. Aber ist halt immer die Sache, ne? Die könnten alle irgendwelche Hinweise für Runen oder so droppen. Ja, machen wir mal weiter. Kriegen wir schon hin. Ja, wir ändern die Ausrufezeichen-Ansage noch. Keine Angst. Aber die Leute schreiben ja eben mich an. Und dann lade ich sie an. Wie genau die Gild jetzt heißt, ist dann ja nicht so wichtig. Was muss hier passieren? Back to Billy. Hier ist schon wieder ein Fire Beetle. Was ist los mit euch? Was ist mit diesen Fire Beetles? Irgendwas ist da doch. Irgendwas lauert da doch. Irgendwas. Aber ist natürlich so ein zweischneidiges Ding, ne? Also dadurch, dass diese Runen halt schon sehr wichtig sind, weiß ich nicht, ob die Leute da so entspannt sind und Oh, ich such mal nach Runen, weil man denkt, ja, ich brauch die halt einfach. Also so wie auf dem Niveau wie jetzt Crusader Strike. Das ist schon essentiell, ne? Da kann ich schon verstehen, dass wenn man sagt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt da selber vor mich hinsuchen, sondern will die einfach haben, damit ich mitspielen kann. Das ist halt die Frage, ne? Das ist natürlich cool, wenn es große Belohnungen sind, aber auf der anderen Seite, wenn es zu essentiell ist, dann kann man halt nicht darauf verzichten. Kann man irgendwo nachgucken, was für Fähigkeiten die Klassen bekommen? Nicht offiziell, sozusagen in-game oder so geht das nicht, aber es gibt viele Webseiten, wo die Runen, die man schon kennt, aufgeführt werden. Aber die Idee des Spiels ist es eigentlich schon, dass man das selber entdeckt. So wie ich es verstanden habe. Also du hast jetzt nicht hier einfach eine Liste, ah, wo sind die? Wo sind die zu finden? Was können die? Sondern das ist schon etwas, was man selber suchen will. Aber Natürlich kann man im heutigen digitalen Internet-Zeitalter Oh, oh, ist das der Untergang? Ich habe vor allem den Debuff jetzt nicht drauf. Warte mal, mit einem Crusader-Strike? Ja, Leute, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Season of Discovery. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend beim Kneipen-Quiz. Bis dahin, haut rein. Hey, Leute, ich habe gerade gesehen, man kann sich wiederbeleben. Man kann sich einfach wiederbeleben. Oh, okay. Ich dachte schon, alles ist weg. Ich dachte schon, alles ist weg. Das wäre, das wäre hart gewesen, ey. Ich dachte schon, alles ist einfach weg. Kleiner Tipp fürs Kneipen-Quiz bei Frage 17 ist B, C, D, A, 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 B, C, D, A. Scheiße, der ist auch Level 8. Abbruch? Nee, komm. Okay. Okay. Hey, 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 hey. Das ist schon hart, ey. Wie habe ich das, im Ernst, wie habe ich das bis Level 55 geschafft? Wie? Wie? Oh, Freunde, ich habe auch noch eine Mate, ne? Können wir uns später mal auch ins Eisfach knallen, ne? Ah, das ist jetzt Goldzahn, ne? Das ist Goldtooth. Princess must die. Oh, hier ist eine Katze. Hey, hey. Okay, der hätte fast die. Warte mal, aber die hatte einen Buff. Nein. 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 Ja. 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 Ah. Nein. Die hatte aber irgendeinen Buff, oder? Irgendwas ist mit den Crittern. Ich sage es euch gleich. Irgendwas ist mit den Crittern. Hier habt ihr es zuerst gehört. Irgendwas ist los mit den Crittern. Rabbit? Irgendwas ist mit den Crittern. Checken. Checken. Die haben keinen Buff. Warte mal. Diese Katze, die hatte hier, die hatte hier so einen Buff. Irgendwas ist mit den Crittern. Irgendwas ist da, sage ich euch gleich. Da gibt es eine Rune. Da gibt es irgendeine Rune. Irgendwas gibt es da. Ich habe es das Rätsel noch nicht entschlüsselt, aber irgendwas ist da. Klunk. Tja, lohnt sich das hier mit diesem Judgment of the Crusader? Keine Ahnung. Die Frage ist, kann man Judgment machen und dann Seal, bevor der nächste Auto-Attack kommt? Das wäre wahrscheinlich auch gut. Das wäre wahrscheinlich nötig. Okay. Spirit Ritual. Was ist hier los? Hier auf dem Skelett? What the hell? Was ist das? Das sind die ganzen Hexer, oder was? Priester? I can't use that. Rune of Inspiration. Yes. Nice. Thanks. Geil. Ich weiß gar nicht, was das ist. Nice. Yay. Beine. Haha, wie gut ist das denn? Äh, Dispelled, Fear und Sleep. Auf Party Member. Okay, geil. Ah, das ist wahrscheinlich das Totem, ne? Das ist das Totem, das jetzt auch die Allianz hat. Äh, geil. Jetzt nicht so unendlich sinnvoll für mich, aber geil. Nehm ich. Nehm ich. Ja, cool. Geil. Guck mal, haben wir schon zwei Runen gefunden? Sehr schön. Klar, von außen betrachtet sah es jetzt so ein bisschen aus, als hätte ich dafür jetzt überhaupt nichts gemacht. Aber ihr müsst immer bedenken, du brauchst in so einer Gruppe natürlich irgendeine Art, ähm, ja, Anführer oder jemand, der irgendwie mal Ansagen macht. Und das war halt in dem Fall ich so. Klar, das Team war sehr selbstständig. Die haben jetzt das jetzt gar nicht so sehr gebraucht irgendwie. Aber trotzdem wäre ich sozusagen als Backup da gewesen, ähm, wenn man irgendwie so ein paar Ansagen gebraucht hätte. Kazelle! Guck dir das an! This creature has been transformed. Oh! Muss man die schieben als Magier? Dass der wieder zurückverwandelt wird? Das ist ja riesig! Das ist bestimmt für Magier, oder? Magier müssen die bestimmt schieben. Oder kann man das irgendwie disbellen? Ich bring das nicht um. Ich will kein Gazellenblut an meinen Fingern haben. Irgendwas ist da. Okay, cool. Ist Backseat Gaming verboten? Absolut! Das macht doch gerade Spaß, herauszufinden, was diese ganzen Dinge auf sich haben und was das ist. Das ist doch langweilig, wenn du einfach in den Chat schreibst, was die Lösung ist. Darum geht's doch nicht. Ich mein, ich werd's nicht verhindern können. Leute werden spoilern und das schreiben. Aber einfach nur, es gesagt zu haben, das macht doch gerade Spaß, wenn man nicht weiß, was es ist. Oh, ich muss auch die Aura wieder casten, wenn man stirbt. Okay, gut zu wissen. Oh, ich ist auch ein Jack. Ram. Okay, das ist schon cool. Das gefällt mir. Das find ich gut. Da wird 10. Was mach ich eigentlich? Gold. Ah, hier oben gibt's auch Gold Dust. Oh, das ist ja spannend. Und hier müssen wir Murlocs töten, ne? Das wird nicht so leicht. Okay. Oh. Tower of Azora. Das ist auch Magier-Ding. Servant of Azora. Magier sind auch einfach die coolste Klasse, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die haben so viel cooles Zeug. Also entweder, ich weiß nicht, Season of Discovery, entweder das wird so ein Ding, ich zocke hier mal so und da ein bisschen, oder ich spiele einfach jede Klasse auf 25. Irgendwie hätte ich da schon Bock drauf, weil ich glaube, man ist echt ein paar, nach ein paar Sessions auf 25. Und dann diesen ganzen Magier-Kram noch zu entdecken, glaube ich, ist auch cool. Mal schauen. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht so viel WoW zu spielen. Ich habe ja jetzt tatsächlich, viele wissen es ja von euch, auch andere Verpflichtungen in meinem Leben. Ich trainiere nämlich wieder gerade Dota. Und deswegen muss ich da auf jeden Fall auch viel Zeit aufwenden. Das sieht natürlich hier auch nicht besser aus. Da ist er! Da ist er! Oh, ah, ja, ja, genau. Die waren so gefährlich, auch wegen dem Armor Reduce, ne? Hier drinnen ist wieder fröhliches Gekloppe, ne? Aber gut, das ist zumindest der Vorteil, dass diese Erkundungsquests sehr leicht sind, wenn hier so viel los ist. Gestern hat Yannis sich eingeladen, Dota zu spielen. Ja, das stimmt. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ah, jetzt haben wir eine neue Hose. Das heißt, wir müssen jetzt die neue Hose auch wieder verzaubern. Damit wir auf jeden Fall unseren Fear- und Sleep-Effekt haben. Haunt. Damage taken from Shadow over Time-Effence. Okay. Hier ist auf jeden Fall weniger los. Oh nein, Leute sind hier eingebunden. Das wohl... Weil hier gibt's noch Spinnen drin? Alter, das wusste ich gar nicht. Dass das ne Zwei-Stufen-Höhle ist. Ich glaub, ich war hier nie drin. Ich hab die Quest immer... ...nur in der... ...in der anderen Mine gemacht. Aber hier geht's ja weiter. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Dass es hier noch so einen Spinnenflügel gibt. Wounded Adventurer. Muss man den heilen? I didn't think I was going to make it. Moment, was ist das hier? Was ist das mit dem? Ah, vielleicht. Der spawnt vielleicht. Oder muss man ihn heilen oder so? Ich könnte mir vorstellen, dass man ihn heilen muss, ne? Wenn der heißt Wounded... ...haben nicht alle meine Fähigkeiten eigentlich dabei. Naja, ich hab auch noch... ...Stoneform. ...Stoneform war immer F, glaub ich, ne? Shift-F. Prayer of Mending haben die schon? Priest Level 9, Prayer of Mending? ...Prayer of Mending? Ah, Venom. Disease. Ah, okay. Den muss man dispillen. Okay, cool. Ah, das hab ich noch nicht. Okay, aber gut zu wissen. Level 8 ist mir zu krass. Mini-Snack. Ach ja, die Leute. Mini-Snack. Der Priester. Okay, aber das ist schon cool. Ich mein, das ist das erste Mal, dass ich hier hinten überhaupt war. Dann find ich auch direkt was. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen mit Season of Discovery, weil ich sehe, im Chat wird sehr viel gespoilert. Da wird immer direkt gesagt, was man machen muss. Ich find das nicht so cool. Die Frage ist, können wir dagegen irgendwas machen oder so. Meiner Erfahrung nach ist das immer sehr schwer, sowas zu kontrollieren. Aber, ich weiß nicht, vielleicht finden wir eine Möglichkeit. Es wird immer einen geben, der es dann einfach sagt, ne? Da kann man dann wahrscheinlich nichts dagegen machen. Vielleicht muss ich dann einfach, darf ich dann nicht in den Chat schauen oder so, wenn wir an so einer Situation sind. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, wie sich das ergibt. Wir sind ja echt weit auseinander. Time outen für 24 Stunden. Aber dann ist es ja schon zu spät. Das hilft ja nichts. Dann ist es ja schon passiert. Es ist ja, ich hab weniger Interesse an Strafe als an Prävention, zu sagen, was kann man machen, dass das schon, dass Leute das schon wissen. Aber es, wahrscheinlich geht's nicht. Da müssen wir mal schauen. So, finden wir hier noch vier Gold Dust. Okay, hier spawnen viel. Großes No-Spoiler-Schild über den, über die Cam. Ja, meiner Erfahrung nach bringt sowas nichts. Leute, die so, die so unaufmerksam durch die Welt gehen, indem sie einfach Leuten spoilern, sind in der Regel nicht die Leute, die dann auf sowas aufmerksam sind und auf sowas schauen. Da hab ich schon viel versucht. Ganz dick. Bitte kein Backseat-Gaming. Keine Spoiler. Haben wir schon alles oft gemacht. Meiner Erfahrung nach macht man sich da eher lächerlich, weil es klappt dann in der Regel nicht. Und man gibt natürlich Trollen dann immer noch immer die Möglichkeit, es extra zu machen. Das ist halt dann, ja, da hat man dann einfach keine Chance. Guck mal, die spawnen unten, oben und unten. Vielleicht warte ich einfach hier unten. Vielleicht ist das schlau. Ich hab schon so viele Leute kennengelernt, die meinten, Spoiler wären ihnen egal. Für mich absolut unverständlich. Bei Filmen sind mir Spoiler auch egal. Das ist, das ist mir nicht so wichtig. Aber selbst da verstehe ich, okay, nur weil es mir egal ist, weiß ich ja trotzdem, dass es anderen Leuten wichtig ist. Und würde Leute, würde Leute nicht die Filme spoilern, aber bei manchen Sachen ist es mir auch egal. Spoiler, aber bei manchen halt nicht. Ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich, ne? Jesus. Okay, das war schnell. Ach, weil ich Maze jetzt hab. Ach, ich hab jetzt in ein Hand Maze. Ich hab den nicht getroffen, glaub ich. Och Gott, das ist ja doof. Dann holen wir uns mal... Ach. Holen wir uns hier ne Spinne, wenn das geht. Lass den Chat helfen und benenn ein Emote, dass der Chat Span, wenn gespoilert wird, wird sich nicht durchsetzen. Weiß niemand. Du musst immer denken, Leute hier im Chat sind ja Leute, die haben vor 30 Sekunden überhaupt erst den Stream angemacht. Die haben gar keine Ahnung von irgendwelchen Emotes, die ich festlege oder wissen vielleicht auch gar nicht, wer ich bin oder was. Oder irgendwas, die sind einfach da und sagen, ah, ich kenn die Lösung, schreibens. Gegen diese Art von Leuten kann man nichts machen. Ich denk immer, die meisten Leute, die hier häufiger dabei sind, die wissen ja, wie ich ticke. Die wissen ja, was mir Spaß macht und was nicht. Immer sehr traurig zu sehen, dass die dann auch manchmal Spoiler in der Backseaten, aber da ist die Quote auf jeden Fall besser. Aber das Problem ist ja, dass die meisten Leute so was, gar keine Chance haben, so was zu wissen dann. Aber ist jetzt auch kein Riesenproblem. Ich muss halt selber gucken, wie ich damit umgehe. Ich überlege nur, was man machen kann. Aber ja, wie du auch gesagt hast, für manche ist Spoiler halt einfach gar kein Problem. Und deswegen, wenn es da keinen breiten, sagen wir mal, gesellschaftlichen Konsens gibt, dass das schlecht ist, lässt sich das auch nicht großflächig umsetzen. Das ist halt einfach, manche haben da einfach gar keine Sensibilität dafür und hauen das einfach raus bei erster Gelegenheit. Ähnlich wie mein Lieblingsthema, das kann doch nicht sein, war ich wirklich zu langsam? Ähnlich wie mein Lieblingsthema Ruheabteil. Manche Leute haben dafür einfach gar keine Aufmerksamkeit. Die wissen nicht, dass es existiert. Die wissen nicht, dass die Leute nicht gestört werden wollen. Die haben einfach gar kein Verständnis davon generell. Und da kommt man dann auch nicht ran. Solche Leute, das ist dann schwierig. Boah, diese Kobolde, ey. Wie machen wir das am besten? Sollen wir da eine Leiche campen? Ist das eine gute Idee? Weiß ich nicht. Meine Lösung für Ärger im Ruheabteil ist mittlerweile, ich setze mich nicht mehr rein, weil ich mich im normalen Abteil sehr viel weniger ärgere oder gestört fühle, weil es erlaubt ist. Das klingt komisch, ist aber so. Verstehe ich absolut, verstehe ich hundertprozentig. Das Problem ist ja auch oft gar nicht die Lärmbelästigung, sondern einfach die Dreistigkeit der Menschen und die Rücksichtslosigkeit der Menschen, die mich so ärgert. Zusätzlich natürlich zur Lärmbelästigung, aber ich denke mir mal so, wenn da jetzt irgendwie einfach so Zuggeräusche wären, die genauso laut wären, würde mich das viel weniger stören. Als die Dreistigkeit von Leuten, die einfach gar keine Rücksicht nehmen und denen alles egal ist, was mich viel mehr ärgert. Deswegen ist es eine gute Strategie. Einfach zu sagen, man nimmt sich einfach selber die Erlaubnis, sich zu ärgern zu sehr und dann ärgert man sich auch nicht. Okay, jetzt sterbe ich, oder was? Warte mal, wir taggen jetzt zwei davon. Das ist vielleicht, wenn wir jemandem begegnen, der uns noch einen taggt. Ja, gegen zwei zu heilen, ist natürlich auch mal eine Katastrophe. Das war's, glaube ich. Na, schau mal. Okay. Zwei Tode, zwei Tode von Level 10. Ah. Komet ist am Start, Brimbo ist am Start. Der Raid ist ab Level 25. Ausrufezeichen S.O.D. kannst du immer schreiben, falls du dich mit Season of Discovery noch nicht so gut auskennst. Da habe ich versucht, alles zusammenzufassen. Und ja, 25 ist der Max-Level und es gibt ein Raid als Blackfathom-Deeps. Der Tod des Butterbuben hat dich schwach gemacht. Ja, das stimmt. Aber ich finde, manchmal ist Schwäche ja auch eine Stärke. Manchmal muss man auch einfach seine eigene Schwäche zulassen und sich da so richtig reinlegen. Man kann nicht immer hart sein. Man muss auch mal weich sein, um hart zu sein. Wer immer nur hart ist, bei dem geht's irgendwann ins Spröde über. Und der fängt an zu bröckeln. Man braucht eine gesunde Mischung aus hart und weich. Und wir waren jetzt lange Zeit sehr hart. Wir waren extrem hart. In Hardcore. Aber jetzt, wir haben unser E abgegeben. Wir sind jetzt nur noch Butterbub. Und jetzt sind wir weich. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt zumindest looten, den einen, den ich getötet habe. Das ist immer das Beste, wenn man als Geist reinläuft und ist alles voller Mobs einfach. Aber man kann ihn nicht töten. Kann ich? Ah, da kann ich ihn looten. Fieber's Soul. Oh, da kommt man auch hoch hier locker. Okay, das ist gut zu wissen. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Spawn. Eigentlich, wir brauchen auch nur noch ein Goldding. Dann ist das auch gut. Wirst du mit jedem neuen Charakter deinen Namen um einen Buchstaben kürzen? Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich gefährlich, weil die Trolle das natürlich antizipieren können. Und dann ist das natürlich nicht ideal. Anders, als wenn wir Dinge hinzufügen. Weil da kann der Troll nicht antizipieren, was hinzugefügt wird. Aura wieder an. Müssen wir uns dran erinnern. Weil wir anscheinend sehr oft sterben. Aber tut auch mal gut. Tut auch mal gut, sterben zu dürfen. Wenn's erlaubt ist. Wenn's erlaubt ist. Dragoff. Dragoff. So, come on. So, jetzt müssen die Reflexe stimmen. Das muss jetzt Formel 1 Start 0,15 Sekunden Reaktionszeit sein. Während wir noch einladen müssen. Das muss Max Verstappen nicht. Während er hier auf den, auf die Ampel wartet, noch Leute in die Gilde einladen. Ich will nicht sagen, dass ich der größere Sportler bin. Aber, naja, wenn man den direkten Vergleich macht. Zack, da war's. Das sind die gleichen Dudes, die mich gerade schon getötet haben. Leute, wir haben's geschafft. Gold Dust, wir haben's geschafft. Es hat eine Weile gedauert. Aber wir haben's geschafft. Jetzt bin ich guter Laune. Habe ich gute Laune. Jetzt kriegt auch ja mal jeder hier einen Segen der Blessing of Might. Oh, und wir müssen wieder Ader-Suche aktivieren. Oh, ja, das ist die verbotene Ader hier. Weil da hier einige Wölfe Wache stehen. Oh, ja, das ist die Ader-Suche aktivieren. Wehe, da kommt jetzt jemand. Und baut mir das weg! So, wir müssen auch mal gucken. Sag mal, Leute. Oh, fuck. Schön gekrittet hier. Schön gekrittet. Fun Fact. Ein Defibrillator bringt das Herz zum Stillstand. Und die Herzrhythmusmassage startet es dann wieder. Okay. Gut zu wissen. Entweder für eine Frage heute Abend oder falls jemand das Herz durchgeht. Vielleicht als Sieger. zu viel Freude muss defibrilliert werden. Defibrillator. Die Makrele, die lasse ich natürlich nicht liegen da. Makrele wird mitgenommen, da. Die leckere Makrele, da. Das ist doch eine ganz leckere Makrele. Das ist doch was leckeres, da. So. Jetzt, was müssen wir hier sammeln? Crystal Kelp. Kelp. Fahren. Wie viel haben wir denn eigentlich mittlerweile? 524. Okay, wir haben schon die Hälfte der maximalen Mitgliederanzahl. Ich könnte mir vorstellen, dass wir relativ bald hier ans Limit stoßen. Lass uns erst mal ein paar Quests abgeben, oder? Ein bisschen Müll verkaufen. Und dann lernen wir vielleicht auch Dispail. Push it to the limit. Oh, dann sind wir bald schon Level 10. Können wir schon ein bisschen Talente skillen. Können wir schon mal so ein bisschen gucken, in welche Richtung es gehen soll. Ach ja, Smelting. 17 Kupfer. Ich habe aber gar keine Steine bekommen. Warum habe ich keine Steine? Das ist ja mehrfisch. Jo. Danke dir. Jo. So, jetzt holen wir uns hier mal Dispel, falls es den schon gibt. Ah, hier Purify. Disease und Poison. Ich glaube, das ist genau das, was der Typ auch hatte. Disease und Poison. Aber wir sind noch nicht Level 8. Soll wahrscheinlich erst die Murloc Quest machen. See you around. Safe travels. So, Back of Marbles. Und Leute, ich bin weich. Und was ich auch noch geworden bin, ist ehrlich. Ich bin ehrlich zu mir selbst. Lügen ist schlimm, aber das Schlimmste ist, sich selbst zu belügen. Und deswegen höre ich auf, mich selbst zu belügen. Ich belüge nur noch den Chat. Aber mich selbst nicht mehr. Und deswegen verkaufe ich diese Marbles auch, weil ich genau weiß, dass ich sie nicht einsetze, sondern sie einfach nur mein Inventar verstopft werden. Ach, ist das dein Ernst? Okay. Gut, mal hin. Oh, das könnte sogar noch reichen. Nicht ganz. So, der Typ hatte Trade Supplies. Supply. Weg damit. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Taschen? Trade Supply hat keine Taschen. Bänder haben wir hier Bags. Ah, guck mal. Da haben wir doch einen Taschenverkäufer hier drin. General Supplies. Brown Leather Satchel. Okay, wir könnten uns fünf davon kaufen. Eins, zwei, drei, vier. Komm, wir kaufen erst mal die kleinen auf. Das sieht doch schon viel besser aus. Gut. Dann machen wir die Merlock Quest. Und dann können wir die Purify Quest machen. Geil. Irgendwie nervt es mich, dass ich eine Einhandwaffe habe hier. Mal Level 10 schaffen wir heute noch, oder? Level 10 geht heute noch. Mankey Wolf. Level 10 haben wir ja schon fast die Hälfte. Ist ja kein Problem. Kann man Teil der Gilde werden? Na ja. Ich sag mal so. Ohne, dass du mich anwhisperst, wird es sehr, sehr schwer. Also, da sehe ich echt für dich ne. Keine Chance. Sorry. Das wird, das, ne. Wenn du mich allerdings anwhisperst, lade ich dich sofort ein. Aber wenn du mich nicht anwhisperst, boah, da sehe ich kein Licht, Freunde. Da sehe ich, da sehe ich für dich kein, kein Licht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir echt leid. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist mit diesem Holy Ding. Mit diesem Debuff. Vielleicht eher bei längeren Kämpfen. Ja, mal gucken. Ist doch nicht so wichtig. Die heißen auch einfach Murloc, ne? Ui, ui, ui. Die heißen auch einfach Murloc. Bitte tut mir den Gefallen und ladet mich nicht ein. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Einfach anwhispern. Ich lade euch ein. Aber bitte nicht einladen. Das ist sehr nervig. Ei, 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 ei. Jesus. Diese Insel ist einfach verflucht. Okay, strategischer Level ab. Okay, strategischer Level ab. Oh, wo ich auch richtig Bock drauf habe, ist Aura der Vergeltung. Das, wo man Holy Damage, ähm, Reflect Damage hat. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das, oh, und dann noch, oh, stellt euch vor, schön Dungeon, Druide als Heiler mit Dornen drauf und dann schön Aura der Vergeltung. Oh, brr, brr, brr. Das, das wird geil. Das wird richtig geil. Das wird richtig gut, ey. Das wird so gut. Das wird so gut. Gut, bis dann ein Damage die La Aue Damage macht, alle aus meiner Weihe rauslaufen und ich nie wieder Aggro bekomme. Aber, äh, naja. Dit ist ein anderes Problem. Shiny Seashell, Shiny Seashell, Shiny Seashell, Shiny Seashell, Shiny Seashell, Shiny Seashell. Ah, Butterfass, auch ein DSA-Fan. Ich weiß nicht, wie viele Leute diesen Gag jetzt verstanden haben. Wahrscheinlich nicht so viele. Aber ist okay. Ich mach Comedy für die Minderheit. Ich mach Comedy für die kleinen Gruppen. Warum hat der schon Babel? Auf Level 7 und ich nicht? Hä? Leute, das tut mir sehr leid, wenn ich euch beim ersten Mal nicht einleide, aber bitte tut mir die Gefeind und schreibt einfach nochmal. Es tut mir leid, ich muss sehr viele Leute einladen. Das kriegen wir alles hin. Schreibt mich einfach nochmal an, dann schaffen wir das alles. Ah, das wird doch keine Rune sein, oder? Die Bubble, das ist doch... Ureigenste Paladin-Fähigkeit. Uh, umhang. Fünf Armor. Let's go! Style check! Blauer Umhang. Geil. Irgendwie finde ich's schon komisch. Dass ich die Bubble nicht hab? Lady Gaga ist die Patentante von Elton Johns Söhnen. Ey, so eine Art Frage könnte wirklich kommen beim Kneipen-Quiz. Danke. Lady Gaga, die Patentante von Elton Johns Söhnen. Lady Gaga, Patentante Elton Johns Söhnen. Okay. Eieieiei. Muss man viel wissen. Schau sie dir an. Guck sie dir an, wie sie angeln hier. Guck sie dir an. Und dann schwimmt da so ein Vollidioten Trottelzwerg da genau durch und verscheucht alle Fische. Trottel. Gibt's so was wie eine Tierlist für Season of Discovery findest du bestimmt im Internet, aber nicht bei mir. Mir ist sowas egal. Kannst du dir bestimmt locker ergoogeln. Wird's wahrscheinlich viele Videos geben auf YouTube zu dem Thema. Aber es wird sich natürlich auch immer noch viel ändern. Es gibt ja neue Level Caps dann mit neuen Runen und neuen Fähigkeiten. Also es verändert sich ja alles ständig. Ach, wir sind noch auf der Liebestrank-Questline oder was? Der Unsichtbarkeitstrank-Questline? So, jetzt holen wir uns Cleanse. Was ist Cleanse? Parry, Purify, Divine Protection, Hammer of Justice. Ja, Mann! Langsam werden wir zum Paladin. Divine Protection. Ist das F? Fünf Minuten Cooldown. Hammer of Justice auf fünf finde ich okay. Eine Minute Cooldown für drei Sekunden Stun. Also der Gegner ist fünf Prozent der Zeit gestunnt? Eigentlich schlecht. Das heißt, man braucht 20 Paladine, um einen Gegner durchgehend zu stunnen, wenn man sich perfekt koordiniert. Ich habe noch nie WoW gespielt. Denkt ihr, es lohnt sich noch anzufangen oder wird man weggehatet? Das kommt natürlich darauf an, wie du spielst, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich total. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit WoW anzufangen. Das hier zum Beispiel ist WoW Classic. Das heißt, man spielt WoW so, wie man ganz früher WoW gespielt hat, vor 15 Jahren. Du kannst aber auch WoW Retail spielen, das ist die aktuelle Version von WoW. Die ist auch sehr einsteigerfreundlich und eignet sich auch gut für Einsteiger. Also WoW ist halt 20 Jahre alt. Wenn du sagst, lohnt es sich jetzt noch einzusteigen, kann ich sagen, es lohnt sich jetzt genauso in WoW einzusteigen, wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Das Spiel ist halt alt. Aber es ist aktuell jetzt nicht ein besonders schlechter Zeitpunkt einzusteigen. Im Gegenteil, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Season of Discovery spielen, du kannst WoW Classic spielen, du kannst Retail spielen, du kannst WoW Hardcore spielen, wie du möchtest. Also kannst du dir ganz einfach aussuchen, was du spielen willst. Aber das klassische WoW ist Retail. da sind wir aktuell im Add-on Dragonflight. Das wäre also dann so das aktuelle Add-on, aber da fängst du erst mal bei Level 1 an. Das wird dann erst auf Max-Level relevant. Ich meine nur, weil alle so einen Wissensvorsprung haben. Ja, das stimmt schon, aber also das darf man nicht zu laut sagen, aber WoW ist nicht so schwer. Das WoW ist wirklich nicht schwer. Also das ist jetzt nicht wie, sagen wir mal Counter-Strike, wo du als Anfänger ins Spiel gehst und du wirst erst mal einfach nur weggeschossen, ohne auch nur einen Hauch einer Chance zu haben. So ist WoW nicht. WoW ist vom Grundprinzip her ultra simpel. Du fängst mit ganz wenigen Fähigkeiten an, lernst dazu. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Es ist ja nicht kompetitiv in der Hinsicht. Du levelst ja einfach vor dich hin, spielst auch viel alleine, musst gar nicht unbedingt mit anderen Leuten spielen, also da gibt's gar nicht viel Gelegenheit, dass dich jemand irgendwie weghaten könnte oder so. Das ist nicht wie ein Dota oder so, wo Leute in deinem Team dich beleidigen, weil du in ihren Augen für ihren, für ihre Niederlage sorgst oder so. Also WoW ist da super vergebend. Und irgendwann, wenn du dann Max-Level bist, dann musst du in gewisser Weise mehr mit Leuten zusammenspielen, weil dann gibt's Raids und solche Inhalte. Und da musst du dir halt eine Gilde suchen, die entspannt ist. Aber dann ist alles gut. Sonst ist das alles simpel. So, hier ist jetzt der Typ Wounded. Wounded. Aber ist dieser Spinnteil neu in Season of Discovery oder war der schon immer da und nur dieser Adventurer wurde hinzugefügt? Ich kann mich nicht dran erinnern, diese... War er schon immer da? Okay, das ist krass. Das ist krass. Ja, bei Season of Discovery lernt man wahrscheinlich auch, wie viel man noch nicht kennt, weil man immer denkt, oh, das ist ja alles neu, das ist ja krass. Nee, gab's schon immer. Ah. Das ist ja krass. Können wir uns hier in Weiten eigentlich? Ich würde mal in Weiten hier. in Weiten in Weiten ein Sturm in der Kathedrale entstürmend. Kannst du still becharging? in Weiten talk to some guy and something with a none? Nice. I'll try. Thanks. Okay, cool. Jetzt haben wir hier eine neue Rune. Ah, teaches you a new engraving. Es braucht also nur chest. Increase your block value by 30% and damage melee and range attacks against you have to increase your chance to block. Okay. Nicht so geil, wenn man kein Schild hat, glaube ich, aber... Nehme ich. Nehme ich. Das scheint dann auf jeden Fall eine Tank-Rune zu sein, aber es ist schon mal gut, dass wir die haben. Okay, das scheint eine Schild-Rune zu sein. Ey, oder hättet ihr Bock, von Anfang an Tank zu spielen? Hab ich da Bock drauf? Also, dass ich von Anfang an Schild- und Einhandwaffe spiele? Ah, aber Crusader Strike ist halt zu verführerisch, ne? Der Schaden ist schon sehr hoch. Ich weiß nicht, wann man Weile kriegt. Also, wann man dann sozusagen mehr als einpullen kann, sowas, ne? Das ist die Frage. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wenn man ein paar Fähigkeiten hat, kann das cool sein. Du musst Crusader Strike nicht weglegen? Das weiß ich schon, aber Crusader Strike skaliert dir mit deinem Weapon Damage. Und wenn du eine Einhandwaffe hast, dann macht das viel weniger Schaden, als wenn du eine Zweihandwaffe hast. Ah, hier haben wir einen Rouge Tank. Einen roten Tank, roter Tank oder was? Bobsack. Die haben Bock, auf jeden Fall. Ich buff immer nur die Wichtel. Level 20 kriegt man eine Weihe. Hm. Könnten wir dann Level 20 umscalen? Lohnt sich das? Ich meine, wir machen vor Level 20 ja eh Deadmines. Da werde ich eh umskillen auf Tank. Von daher werden wir auf Level 20 spätestens eh Tank sein. Und dann kann es können wir ja vielleicht von 20 bis 25 durch als Tank spielen. Ist vielleicht ganz cool. Wo ist das E in Butterbube abgeblieben? Der Name war leider schon weg. Der Name war leider weg. Dann wurde es Butterbub. Und je nachdem, wenn wir nochmal anfangen, wird es Butterbub. Butterb. Butter werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, dann gibt es nur Butter und dann Boot. Warum kriege ich denn keine Steine eigentlich? Der einzige Grund, warum man Bergbau lernt, ist damit man Steine kriegt. soll denn das? Soll denn das? Increases your block value by 30%. Das ist ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Da blockt man recht viel. Vor allem, weil man den Blockwert davor halt erhöht hat. Das ist schon cool. Das ist schon ganz geil. Durstlöcher. Finde ich auch gut. So, Princess Must Die. Eine berühmte Quest, die schon viele Opfer gefordert hat. Ich schreibe einfach mal Inf. Okay, ansonsten. They can't join our group. They can't join our group. You can't pass that but that spell isn't really. I'm still shouting. So. They can't join our group. They can't join our group. The ganzen Tag nur am einladen, ey. Warte mal, wie viele Leute haben wir denn jetzt schon? 585. Das ist schon... Das waren Wölfe hier, ne? Ne, Bären. Bären und Wölfe. Bären kriegen wir jetzt Level 8. So, jetzt bin ich wieder zurück. Hä, kennst du mich noch, Bär? Du hast mich schon mal getötet, aber jetzt nicht mehr. Der Bub ist zurück. Der Bub ist back. noch nie. Das ist noch nicht mehr. das ist noch nicht mehr. Das ist noch nicht mehr. Okay. Das ist noch nicht mehr. meckern mit. Also ich hab nicht das Gefühl, dass viele meckern. Weiß ich nicht, was du da bist, aber vielleicht ist das so. Oh, hier haben wir einen. Oh, Level 10. Das machen wir anders. Habe ich nicht auch schon Tränke bekommen? Nee, das war glaube ich, die Quest habe ich noch nicht beendet. Bekomme seit der BlizzCon eigentlich nur viel Zuversicht mit. Ja, ich auch. Ich bin jetzt nicht so super tief drin in der WoW-Community, aber ich habe eigentlich hauptsächlich Positives mitbekommen. Meint ihr, ihr bekommt die Gilde komplett voll? Da bin ich sehr zuversichtlich, ja. Bis jetzt wurden alle Gilden immer voll und wir hatten dann Schwierigkeiten. wieder da irgendwie Leute rauszukriegen oder ein System zu bauen, wie wir möglichst viele Leute reinkriegen. Super schwierig. Was ist denn Max? Weiß nicht, was du mit Max meinst. Vielleicht meinst du Max Level. Das ist Level 25. Ausrufezeichen S.O.D. Gibt dir auch noch eine kleine Zusammenfassung von Season of Discovery im Allgemeinen. Hier gibt es auch noch mal Taschen. Okay. Ach so, Max Mitglieder. Ja, tausend Mitglieder, jetzt verstehe ich, tausend Mitglieder in der Gilde. Wir haben schon viele Sachen versucht. Wir haben schon dann so eine Blizzard Lounge versucht. Wir haben eine Blizzard Community gegründet und letzten Endes funktioniert das alles nicht. Hat alles nicht gut funktioniert. Aber so ist es leider. Wir sind da leider einfach zu viele. Wirst du auch bei Cataclysm Classic reinschauen? Nein. Cataclysm interessiert mich nicht. Lich King hat mich schon nicht wirklich interessiert. Ich habe eigentlich hauptsächlich nur Burning Crusade gespielt bis damals. Darüber hinaus nicht mehr so viel ist. Ich habe jedes Add-on gespielt, aber nicht mehr so viel. Und deswegen ne, Cataclysm kein Interesse. Ich glaube, das nächste Add-on, das mich wieder interessieren würde, wäre Legion. Da habe ich viel Gutes gehört und fand das auch cool, was ich damals... Ich habe damals noch zu diesen... Ach, guck mal, jetzt kriege ich Aegis. Blockchance increased. Ja gut, ohne Schild ist es natürlich so ein bisschen witzlos. Was macht man denn neben dem Raid im Endgame? Naja, das was man halt so macht. Man macht Dungeons, man macht den Raid, man kann PvP machen, Ich glaube, was auch noch sehr cool sein wird, ist, dass wahrscheinlich so wie ich die WoW-Community kenne, dass die schon versuchen werden, in irgendwie als Gruppe in die nächsten Gebiete zu gehen. Und dass die irgendwie versuchen, irgendwelche Bosse aus den höheren Gebieten zu töten. Weil als Level 25 ist ja der halbe Kontinent absolut tödlich für dich. Also ich könnte mir vorstellen, dass so die krassen Raid-Gilden oder so, wenn die Blackfathom-Deeps durchhaben, dass sie dann auch sagen, okay, wir gehen jetzt schon mal Stranglethorn oder so. Oder wir versuchen jetzt irgendwie den Teufelsaurier in Un'Goro zu töten. Mit irgendwie 50, 25ern oder irgendwas. In der Richtung, glaube ich, da werden sich Leute auch die Zeit vertreiben bis zur nächsten Season. Könnte ich mir gut vorstellen. Bin gespannt, was man da alles schaffen kann. Und was die Leute da alles probieren. Irgendein World Boss oder so. Ich meine, ja, die sind schon recht hart, aber treffen alle nichts. Ja, da muss man sich halt dann irgendwas überlegen. Ich weiß nicht, was dann irgendwie so Best in Slot-Gear wäre mit Hit-Rating oder Talente oder so. Da hast du halt einen Rate mit 40 Schurken. Ich glaube, die haben Talent mit Hit oder sowas. Aber solche Sachen halt. Also ich glaube, solche Spielereien wird es auf jeden Fall geben. Wie erfolgreich die jetzt sind, wird sich zeigen. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt coole Sachen, die man schaffen kann. Legion war mit Sicherheit nicht das beste Add-on von allem. Das ist ja subjektiv. Das kann ja jeder selber entscheiden. Ja, welches Add-on für dich das Beste war oder für dich nicht. Das ist ja jedem selbst überlassen, das zu entscheiden. Wenn das für die Person das beste Add-on war, dann ist das ja völlig gültig. Geht. Das ist ja völlig glücklich. Das ist ja völlig glücklich. Das ist ja völlig glücklich. Müssen wir hier auch Murlocs töten eigentlich? Nee, ne? Gar nicht. Red Linen Bandana. Brauchen nur Holz? Ah, wahrscheinlich, wenn wir hier zurückkehren, müssen wir Murlocs töten, nehme ich mal an, ne? Zwischenzeit können wir noch Bären töten. Der hat den schon. Ja, okay. Aber diese Holzbündel kriegt man eigentlich ganz gut. Das ist ganz entspannt. Hast du mal Butterstulle mit Salz und Leinöl probiert? Nee, Leinöl spielt in meinem Leben tatsächlich bisher überhaupt keine Rolle. Nicht mal eine untergeordnete Rolle, sondern gar keine Rolle. Kommt nicht vor. Kommt einfach gar nicht vor. Leinöl abwesend. Nee, gar nichts. Hey, was ich aktuell esse, sind Erbsen. Ja, und was ich auch mal ganz gerne mir rein orgle, ist Butterbrot mit Knoblauchpulver. Das ist auch geil. Das ist einfach so ein bisschen Knoblauchpulver. Das ist einfach so ein bisschen Knoblauchpulver des kleinen Mannes. Auch ganz köstlich eigentlich. Kann man sich auch schön reinsortieren. Und manchmal, man hat ja nicht immer Brot und oder Butter zu Hause. Manchmal kippe ich mir auch einfach Knoblauchpulver auf die Zunge. Da bin ich nicht stolz drauf, aber passiert nun mal manchmal, ne? Passiert manchmal. Manchmal, wenn man dann... Ich meine, jeder kennt dieses Gefühl, man hat Bock was zu snacken, man geht in die Küche und man findet wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Gar nichts. Und man denkt sich, das kann nicht wahr sein. Und dann kriegt man halt, manchmal hat man halt so schwache Momente. Ich lecke immer den Herd ab. Okay. Ja, okay, auch nicht schlecht. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer wieder in die Speisekammer meiner Eltern gegangen bin und nach S-Bahnen gesucht habe. Und es gab oft halt einfach gar nichts. Und es gab so ein paar Objekte, wo ich immer überlegt habe, kann man das nicht vielleicht essen? Und ganz oben auf meiner Liste waren immer Kaffeefilter. Weil die irgendwie lecker aussehen. Wie so dünne Waffeln oder so. Wo man sich denkt so... Soll ich die mal probieren? Weil davon waren immer reichlich da. Am Ende konnte ich der Versuchung widerstehen. Das verbotene Esspapier. Ja, genau. Genau. Level 9. Ja, das kriegen wir schon hin mit Level 9, oder? Wir haben ja Stun. Kerzen sehen auch lecker aus, ja. Oh ja. Ich meine, was gut riecht, kann doch nicht schlecht schmecken, oder? Kupfer. Die Gegend hier hinten mag ich eigentlich ganz gern, weil hier ist viel Platz. Und hier ist man relativ alleine, ne? Hier ist nicht viel. Meisten Leute halten sich immer nur hier so unten auf. Hier hinten hat man so ein bisschen seine Ruhe. Und hier gibt es auch immer recht viel Zeug. Kräuter und Erz, weil sich hier nicht so viele Leute hin verirren. Oh, jetzt haben wir übrigens auch Steine. Kann ich die schon herstellen? Kann mir nochmal jemand erklären, warum Florentin letztens noch einen Char auf Level 60 gebracht hat und ob dazu überhaupt noch was kommt? Du redest von WoW Classic Hardcore. Das funktionierte so, dass wenn man stirbt, konnte man seinen Charakter nicht mehr wiederbeleben. Dann war es aus. Genau das ist meinem Charakter passiert. Auf Level 55 ist mein Charakter gestorben. Dementsprechend geht das nicht mehr weiter. Das war WoW Hardcore. Das war der Butterbube. Diese Ära ist jetzt vorbei und jetzt kommt die Ära des Butterbub. Das ist jetzt was anderes. Das ist jetzt WoW Classic Season of Discovery. Da darf man so oft sterben, wie man will und kann so schlecht spielen, wie man will. Oh, hier gibt es Gnolle? Hier oben gibt es Gnolle? Das wusste ich gar nicht. Vielleicht lohnt sich hier tatsächlich auch dieses, dieser Holy Debuff, weil ich glaube, gegen die Prowler kämpfe ich recht lange Level 10. Es fühlt sich gut an, diese Aegis Procs, auch wenn sie mir nichts bringen. Aber irgendwie fühlt es sich auch ganz gut an. Ja, ich glaube, ich muss mal ein Ausrufezeichenbefehl zu Hardcore machen mit Clip von meinem Tod, Clip von Asmongold, Clip von Reaktion und so weiter und so weiter. Das muss ich alles mal in Ruhe zusammenstellen, weil das wird wahrscheinlich jetzt regelmäßig kommen, die Frage. Ist ja auch okay, aber ich muss es einfach mal zusammenstellen. Okay, hier ist dann tatsächlich doch... Was ist das hier eigentlich? Stone of Remembrance. Ist das was? This monument is dedicated to all those who have fallen in the protection of Stormwind. Okay, krass. Ich dachte, das wäre so ein Druiden-Steinkreis, Beschwörungskreis. Ja, okay, ich dachte, hier ist tatsächlich mehr los. Ah, der ist PvP-Geflagged, deswegen ist er grün. Ich dachte, hier könnte man mehr farmen einfach. Ach ja, die Defias gibt es genug woanders. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht unbedingt hier machen, wo man alles, wo man ewig warten muss. Die gibt es ja überall. Weiß noch nicht, ob man das auch in Westfall machen könnte. Nee, ne? Ralf Seiler. Auch ein guter Name für einen Warlock. Ralf Seiler. Wann Siegel des Kreuzfahrers, wann rechtschaffend? Das weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Paladin, aber ich glaube, man kann Kreuzfahrer gut machen, wenn der Kampf lange dauert. Weil man dann sehr von dem Debuff profitiert, der den Holy Damage verstärkt. Rechtschaffen eher bei kurzen Kämpfen. Ich finde das nicht so gut aus. Ich... Ist auch nicht so. Wild. Damage stiehen ist für mich eher ein Hobby. Ich sehe mich eher als Tank. Deswegen... Das ist so nervig, dass diese Prowler so selten sind. Ich glaube, ich arbeite mich mal wieder langsam nach Westen zurück. Können wir zumindest mal die Bären holen und dann hier die ganzen Quests machen. Und dann vielleicht sogar schon Hooger. Siegel des Kreuzfahrers erst am Ende, weil der dir nochmal pro Einsatz 2% Mana gibt. Siegel des Kreuzfahrers gibt Mana? Crusader Strike gibt Mana. Siegel des Kreuzfahrers sehe ich jetzt nichts mit Mana, aber ich kenne mich auch nicht so gut aus. Tja... Tja... Tja, finden wir hier noch Bären? Oh, Tote Bären. Ah, da ist noch einer. Oh, kriegen wir den? Vor dem Warlock? Tja, sein Oh, oh, oh. So, ich glaube, wir machen gleich mal eine kurze Pause und ich hau mir schön die Mate ins Eisfach. Gucken wir gleich nochmal. Ach komm, ich hau die um, ey. Ich hau die um. Ich bin kein Freund des Boar. Vor allem, ich könnte einfach ein Schild haben die ganze Zeit und von diesem Block-Buff profitieren, weil ich nur eine Einhandwaffe habe. Aber ich habe keinen Schild. Wie stößt du zur Club-Mate-Winter-Mate? Sehr positiv, mag ich sehr gerne. Ist aber oft nur schwer zu kriegen. Da kriege ich dann oft Insider-Informationen. Ich in Hamburg, da gibt es noch hier einen Getränkemarkt, gibt es noch einen Kasten. Dann radel ich da schnell hin und hol mir den. Die sind immer sehr limitiert, aber ganz geil. Die haben so einen kleinen, so einen lebkuchigen Hauch noch mit drin. Ich mag das ja, wenn so Sondereditionen eher so was Hauchiges noch haben. Wenn da so ein bisschen was. Das Vertraute, was man gerne hat, plus noch einen kleinen Bonus obendrauf. Da bin ich immer großer Fan davon. Das schmatze ich mir gerne rein. Das gönne ich mir. Ich bin zufrieden mit meiner Klassenwahl. Ich bin bisher zufrieden mit Paladin. Das ist, ich glaube, das ist ganz cool. Und es ist ja echt sehr human, weil wir auch einfach sagen können, wir machen was anderes noch. Aschenbecher Sud mit Kohlensäure. Ja, ich glaube, Marte braucht, oder generell Marte braucht ein bisschen. Uh, hallo. 3,0 Damage. Das kostet 30 Mal, also auch sehr billig eigentlich. Eigentlich müssen wir uns ein Schild kaufen. Gibt es in Goldhain ein Schild? Ich glaube nicht. Aber irgendeinen Schild hätte ich gerne. Ach, irgendwie ist es doch schön, wieder in WoW zu sein, oder? Also, es fühlt sich gut an. Man hat irgendwie wieder so einen Sinn in seinem Leben. So einen Charakter zu leveln ist einfach irgendwas. Das gibt einem Halt. Man weiß genau, was man zu tun hat. Man hat genau schon das Wochenende geplant. Ansonsten, meine Wochenenden waren immer, ja, vielleicht ein bisschen zu wild auch. Wildwasserrafting, Freeclimbing, Tiefseetauchen. Da musst du dann auch immer irgendwie koordinieren, mit dann irgendwie mit der Wasserwacht dich absprechen und so. Das war immer so ein Riesending. Du weißt nicht, ah, wie ist jetzt das Wetter? Wie ist der Wassergang? Ist es zu gefährlich? Und so. Das ist dann immer schwierig. So mit WoW weißt du ganz genau, ey, ich werde das ganze Wochenende WoW zocken. See you around. Hello. How are you? You need something? Hey there. How are you? See you later. Yeah, Level 9. Nice. Okay. Ja, Level 10 schaffen wir heute. Loco. Loco Leto. Locki Leto. Und dann können wir schon den ersten Skillpunkt verteilen. Und dann gehen wir nochmal ins Zwergengebiet, oder was? Ich fand das eigentlich immer ganz cool. Weil ich finde jetzt irgendwie mit Level 10, Westfall hat immer sowas Haariges irgendwie. Hallo. Safe Travels. Have a good one. Lockmodern Beste. Ja, Lockmodern ist schon ganz gut. Ich bin einfach ein Elvin-Freund. Was soll ich sagen? Ich bin einfach ein Elvin-Freund. Mach ich ganz gerne. Warte mal. Vielleicht holen wir uns jetzt erstmal ein Schild und dann Hoggo. So, Freunde. Ich bin gleich wieder da. Ich bin einfach ein Schild. Bin ich tot? Ah, okay. Ah, gut. Wer hat denn da den Zaun hingebaut? Vielleicht können wir uns jetzt auch mal so ein bisschen vernünftiges Equipment craften. Da geht ja schon einiges. Copper Chain Pants. Ja, gut, schlechter als das, was wir haben. Immer gut zu sehen. Oh, 81 Amor, Alter. 81. Schon krass. Aber bisher muss ich sagen, gefällt mir das sehr gut mit den Runen. Also es werden natürlich nicht alle das so spielen, dass man das so selber entdeckt, Stück für Stück. So, dann werden das wahrscheinlich nach einem Guide abfarmen. Aber selbst dann, finde ich, ist es besser, als wenn man es einfach lernt oder so. Dann muss man irgendwie noch da irgendwas machen. Also, finde ich eigentlich ganz cool. Da sind die Alchemisten unterwegs. Ja, und in der Kathedrale, meinte der andere nette Paladin auch. Die ganze Zähne, die der arme Typ hier die ganze Zeit. Was hältst du von Prinzessboden statt Erbsen? Lieben, leben nicht. Leben nicht. Erbsen ist das Beste, was es gibt. Sorry, da findest du da keine Chance. Keine Chance. Ne. Keine Chance. Da ist mir jetzt auch egal, was du für Argumente hier ins Feld führst. Keine Chance. Keine Chance. Erbsen sind einfach das Beste, was es gibt. Erbsen sind ein Traum. Erbsen könnte ich essen früh, Erbsen könnte ich essen spät. Erbsen könnte ich essen kalt, Erbsen könnte ich essen warm. Das ist einfach ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Prinzessbohnen lassen sich leichter mit Speck umwickeln. Weißt du, solche Gerichte verstehe ich immer nicht. Wenn du schon sagst, okay, heute esse ich Speck, so, dann sind wir uns ja schon klar, das wird heute kein gesunder Tag werden. Das wird keine gesunde Mahlzeit sein. Warum umwickelt man denn dann bitte Bohnen mit Speck? Wenn du schon sagst, heute ist ein Speck-Tag, dann nimm ein Stück Käse und umwickelst mit Speck. Oder ein Würstchen und umwickelst mit Speck. Oder mach dir einen Burger mit Speck. Oder irgendwas Geiles. Aber ich kann das nicht verstehen, dieses Speck und dann mit Bohnen umwickelt. Oder so Spargel oder so. Nee. Ich sag all in. Wenn dann all in. Wenn ich schon sage, ich bin bereit, die Kalorien in mich hineinzuführen, dann will ich doch das Bestmögliche haben, was man mit Speck machen kann. Und das ist doch nicht Bohnen. Muss ich doch. Muss ich doch sagen. Also das ist doch wirklich... Nee. Nee, nee, nee. Das ist wie so Salate mit so ultra fetten Dressings und so. Die dann am Ende auch wieder super viel Kalorien haben. Wo du denkst, wenn du schon viel Kalorien isst, warum denn dann Salat? Dann isst doch wenigstens Burger oder Pommes oder Pizza oder irgendwas Geiles. Und nicht dann Salat. Ein Salat muss trocken und kalt und wirklich enttäuschend sein, damit er funktioniert. Das ist ein echter Salat. Alles andere kann ich nicht gut heißen. So, Freunde. Style check! Neue Hose? Ja. Uh, neue Brust. Wunderbar. So, jetzt müssen wir das wieder... verzaubern. Eiersalat. Okay, ja, Eiersalat, das ist dann natürlich nochmal eine Sünde für sich. Aber da kann man ja dann sich auch reinlegen. So, das ist ja kein Problem. Ähm, wie ist das? Mit Bracers. Salat mit Mais, Schinken und Käse und einem geilen Dressing kann auch besser sein als ein Burger. Naja, Mais und Schinken. Guck mal, da haben wir jetzt schon mal Sachen, die haben nicht so viele Kalorien. Wenn du sagst mit Mais und mit Schinken, okay. Ist ja kein Problem. Ich finde, jedes Gericht sollte einen guten Geschmack-zu-Kalorien-Verhältnis haben. Und es gibt einfach Essen, das ist besser mit wenig Kalorien. Und es gibt Essen, das ist besser mit viel Kalorien. Ich sag doch auch nicht, ah, ich will jetzt wenig Kalorien. Ich hol mir jetzt einen Burger mit ganz wenig Kalorien. Das meint ihr auch nicht. Also, ich finde, da muss immer auch ein Verhältnis sein. Uh, das ist sogar besser als das, was wir haben. So, dann müssen wir natürlich jetzt auch mal gucken, ob wir schon Waffen lernen können, ne? Ich glaube, das kostet aber immer viel Geld. Aber ich habe jetzt mal Bock in die, äh, mir diese Rune in der, in der Kathedrale anzuschauen. Dann können wir jetzt zurück TPen. 10 Silber. Also, okay. Das ist ja sogar erschwinglich. Ich glaube, zwei Handschwerter wären das Wichtigste. One-Handed Maces. One-Handed Axes. 3,9. Also, ich finde, das ist ein gutes Stück besser, würde ich sagen. Kann mir jemand erklären, was genau bei WoW passiert ist? Ausrufezeichen S.O.D. für alle Informationen. Das ist die Season of Discovery, die wir gerade spielen. Ausrufezeichen S.O.D. findest du alle Infos. So. Das ist doch mal ein Eintritt in Stormwind. So. So muss das aussehen. Und wir können ja dieses Mal auch ohne weiteres das Aha benutzen. vielleicht können wir uns hier direkt einen billigen Schild kaufen. Elmore's Task. Das ist auch so cool, finde ich, dass man am Anfang in die Hauptstadt geschickt wird, ohne dass man da eigentlich wirklich was zu tun hat. Aber es ist trotzdem geil, hier zu sein, weil es ist natürlich imposant und man kann sich hier umgucken. Aber wirklich zu tun hat man hier nicht viel. Aber allein sich hier alles mal anzuschauen, ich weiß noch, als ich das erste Mal in der Hauptstadt war, Alter, das war so krass. Was haben wir denn hier? Shield zählt als Amor. Infantry Shield of the Monkey. Beweglichkeit. Hier für neun Silber, ein Stamina. Komm, ich greife hier zu. Ich greife hier zu. Ich greife hier zu. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles lernen können. Ich glaube, Two-Handed Swords, One-Handed Swords ist schon mal wichtig. Haben wir das schon mal abgeschlossen? Ich glaube, dann können wir die meisten Sachen schon tragen. Wusste gar nicht, dass Paladine Stangenwaffen nutzen können, ehrlich gesagt. Das finde ich spannend. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich in der Kathedrale wieder ne Rune, die besser ist, als die Aegis-Rune, die wir gerade haben. Aber ist okay. Das ist auch eine der größten architektonischen Fragen der Neuzeit. Warum Stormwind so gebaut wurde, dass hier der Weg ist und dann schließt die Brücke nicht an, an den Weg. Warum denn nicht? Also, warum muss man jetzt noch hier diesen Winkel gehen? Hat das was so mit Ladezeiten zu tun, dass man nicht zu weit schauen darf in der in der Hauptstadt? Dass man nicht zu weit in die Ferne sehen darf? Vielleicht so was, ne? Aber für, also mich reißt das komplett aus der Immersion raus. Soll eine alte Stadt widerspiegeln? Die Städte waren immer verwinkelt. Okay. So, was muss man jetzt hier machen? Okay. Was muss man hier machen? Was hat der Typ gesagt? Man muss mit jemandem sprechen und dann irgendwas mit einem Zettel? High Priestess. Well met. Be careful. What can I do for you? Bei der Homelose? Need help? Be careful. Ah ja, hier ist die Syndikatakomben. Brother Benjamin. Priesttrainer. Hm. Was muss man hier machen, ist die Frage. Bei den Priesterlehrern vielleicht? Oder wenn er sagt, mit einem Zettel? Liegt hier irgendwas irgendwo? Regent Vendor. Ach, hier gibt es den Chronobo-Display. Interessant. Thomas. Der Typ ist auf jeden Fall irgendwie neu. Habe ich das Gefühl. hat er mich getrollt? Gibt es hier nichts? was ist mit Brother Romulus? Was kann ich für dich tun? Ein junger Paladin hat geschehen. Sie war letzte in den Katakomben dieses Kathedrall. vielleicht müssen wir in die Katakomben hier rein. Vielleicht ist hier unten was. Ob es hier irgendwo so einen Zettel gibt vielleicht? Ob wir hier diesen Paladin finden, diese Ader. es ist so krass, dass es unter der Kathedrale von Storman einfach so komplett verlassene Katakomben gibt, wo einfach alles so rumliegt. Warum ist es nicht besser gepflegt? Oh, hier geht es weiter runter. Hier ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Chart note. The page is signed in multiple spots. Ada, I'm pleased to hear. Island at the darkened bank. One of our agents. As one candle is snuffed out, another is lit. Island at the darkened bank. cool. Das ist ein Hinweis. Island at the darkened bank. Ha. Island at the darkened bank. Was bedeutet das dark shore? Ich glaube, hier unten gibt es sonst nichts mehr. Aber interessant. hier sieht es aus mit gildenden Weiz wüsper mich einfach an. Wollt wieder da. Komisch, ne? Das ist einfach okay. Hm. Darkened bank. 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 Island at the darkened bank. One of our agents. Muss ich WoW spielen, um in die Gilde zu kommen? Das ist leider nötig, ansonsten hast du ja keinen Charakter, mit dem du in die Gilde kommen kannst. Aber was heißt jetzt Island at the darkened bank? bank. Darkened bank. Das gut vielleicht. The darkened bank. Was ist damit gemeint? Hier so was kleines? Man muss mal schauen, ob wir das finden. Schauen wir uns mal die Quest. was ist das eigentlich für eine Quest? Ist das eine Schmiede Quest? da wie? Die scheint hier. Was kann ich tun? Sei gut, gut geteilt. Schau ja, das Kram wieder. Ich glaube, das ist so eine Quest, die hat man irgendwie den Rest seines Lebens im Quest Hub. Quest Log. Leute, freut mich, dass wir noch Level 10 schaffen und dass das mit der Gilde einigermaßen geklappt hat. Das sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir auch ein Schild. Ich würde mich anbieten, Hogger zu tanken. So ist es nicht. Ich fühle mich bereit. Schauen wir nur, dass wir noch diese Sachen hier craften können. Die sind glaube ich besser als das, was ich gerade habe. Alter, wir hier wieder drei Gear Bolle drauf hauen. Ah, hier. Ihr werdet belohnt für eure Gear. Danke dir, Dub Specialist. Freut mich. Hogger. Mmh, Level 11. Äh, vielleicht. Ich glaube, ich mache jetzt noch hier Level 10 und dann gehe ich in ein anderes Startgebiet. Wahrscheinlich zu den Zwergen. Sag mal, was ist denn los mit Reef? Das macht man nicht. An Vorkommen, wo schon jemand hakt, geht man, hakt man nicht. Das macht man nicht. Tut mir leid, aber das macht man einfach nicht. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Also, das geht doch nicht. Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Jetzt lass doch mal dieses Aegis brocken, bitte. Jetzt habe ich ein Schild. Jetzt, jetzt wird geblockt. Ja, okay, beim nächsten vielleicht. Spit Makro dafür? Nein, 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 niemals toxisch. Niemals toxisch. Das machen wir nicht. Holger, Westbrook Garrison needs help. Wir haben jetzt auch noch Stärke, vier Stärke für eine Stunde. Ist natürlich ein knackiger Buff. Slay the Knoll Hogger. Geil. Kriegen wir das hin oder ist das ein Todesurteil? Was ist das jetzt? Hat das... Leute, schreib doch bitte einmal. Ist das jetzt wegen Hogger, weil ich hier stand oder was? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß Homunculus Minions? Der Priester? Was zur Hölle? Was ist denn Longsnout? Ich dachte, das ist ein Rare Mob. Nee, ne? Ich hab auch mal... Smooth Jazz. Jazz, Jazz, Jazz. Wir kriegen Hogger doch im Leben nicht, oder? Guck dir das doch mal an. Guck dir die Leute an. Nie im Leben kriegen wir Hogger. Kriegen nicht mal irgendeinen Gnoll. Was heißt hier? Da ist er. Da ist er. Oh, wir haben was getaggt. Nice. Alter, das ist ja unfassbar hier. Jesus. Schau dir mal die Spieler an hier. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Ich glaube, das kann man vergessen, oder? Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht hier. Er ist natürlich sehr schade, weil das coole Quests sind, aber ich glaube, es ist einfach hoffnungslos. Also, die Wahrscheinlichkeit hier, was zu taggen, ist ja... Ja, klar ist er. Keine Chance, ey. Ja, renn einfach weg. Das ist immer gut. Und? Der Plan ist einfach, so schnell zu taggen, wie es geht, oder was? Dass ich auch gar keine Reichweite habe. Ich glaube, Paladin ist wirklich die schlechteste Klasse zum Taggen, ne? Ich meine, der ist immer so hier irgendwo gespawnt, glaube ich, ne? Ich glaube, das ist immer so hier. Alter, das ist ja wirklich der Kampf vom Leben um Tod hier einfach. Einfach gar keine Chance. Durch Gruppenloot kriege ich... Gold Pickup Schedule? Wow. Cool. Ja, okay. Ich glaube, da geht schon was. Muss halt nur sehr schnell sein, ne? Ah, Droiden sind so krass mit dem Taggen, glaube ich. Droiden sind da einfach sehr, sehr stark. Ah, kein Schuss. Das ist wirklich eine der besten Änderungen, die es gibt. In WoW sind irgendwie diese Tagging-Regeln, dass es das im späteren Version nicht mehr gab. Dass man sich die so ständig weg-taggen muss. Weil das ist schon echt blöd, einfach. Aber okay, wir haben Droiden in unserer Gruppe. Das ist auch nicht schlecht. Sehr begehrt auf jeden Fall. Aber wo ist er? Wo ist das große Haar? Wo ist Hogger? Wo ist er? Smooth Jazz von der Gilde Holy Cheese. Der Typ sieht mir auch wie ein entspannter Geselle aus, einfach. Wie kann man an die Runen kommen? Das ist unterschiedlich. Wir haben schon unterschiedlichste Sachen gemacht. Das sind so kleine Rätsel, die überall verteilt liegen. Manchmal findet man irgendwie Drop was. Oder manchmal findet man irgendwelche NSCs, die irgendwas machen. Wir haben jetzt zum Beispiel so einen Zettel gefunden. Mit einem geheimen Hinweis. Wissen wir auch noch nicht genau, wohin der führt. Also es sind immer so kleine Rätsel. Okay, aber diese Ecke hier gehört eigentlich relativ gut uns. Wir sind hier zu dritt. Und sonst ist niemand da. Trotzdem kriegen wir keinen getaggt. Jesus Christ. Was für ein Bullshit. So, ich muss kurz gucken. Wann muss ich eigentlich los? Freunde, ich muss bald los, leider. Das ist schon ein bisschen dumm, ne? Da ist er wieder. Das ist wirklich so für mich der Tiefpunkt WoW. Das macht so gar keinen Spaß. Dieses ewige Rumsitzen und Rumstehen und Hoffen, dass man irgendwas taggt. Das ist wirklich so für mich der Tiefpunkt WoW. Oh, yes. Yes! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Yes! Wir haben ihn! Nice! Die, die anderen, die Knolldinger, das habe ich keinen Bock drauf. Haga reicht. Haga reicht. Okay. Gold Tooth, glaube ich, kriegen wir auch nicht hin. Tja, ich würde jetzt gern noch irgendwie Level 10 werden. Machen Level 10 und dann schauen wir mal in ein anderes Questgebiet. Können wir die Prowler noch machen, sinnvollerweise? Hier ist auch noch eine Quest. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Das kriegen wir schon hin. Wann geht das Kneippenquiz los? Ich glaube, 19 Uhr, sowas in der Richtung. Aber ansonsten kannst du es immer auf dem Rocket Beans Dream Plan schauen. Bist du nicht beim Quiz? Doch, ich bin natürlich dabei. Für Team Wissen ist Macht Spaß. So, da kriegen wir jetzt gleich eine schöne Hose, oder? Müssen wir natürlich wieder bauen. Aber ich glaube, die Idee ist, dass es im Laufe der Zeit auch mehr Runenslots geben wird. Also mit neuen Abschnitten kann man immer mehr sammeln. Dann kann man da, glaube ich, echt viel machen. Das ist natürlich super wichtig, dass wir vier uns lieb desbellen. Und das war die andere Quest. The Collector. Achso, das war einfach nur jetzt 200. Ja, nimm meine alte Hose. So, ich komme gleich wieder. Ja, nimm meine alte Hose. So, ich komme wieder. Sonst glaube ich, das war schon mal an. So, ich komme wieder. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Und jetzt bin ich zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Okay. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Dann bin ich wieder. Ich komme wieder. Ja, ich komme wieder. Bin ich tot? Okay. Sieht noch gut aus. Können wir uns jetzt eine schöne Waffe hier craften? Weak Flux. Kein Linencloth. Gut. Hm. Dann machen wir da hinten noch ein paar Quests. Kriegen wir schon hin. Kein Problem. Und dann glaube ich können wir schön beim nächsten Mal mit Level 10 rüber nach Lokmodan. Ein bisschen weiterquisten. Lass uns hier mal kurz reinschnuppern, ob wir hier schon mal ein paar Defias finden. Nein. Alles überfarmt. Ja, das wird sich ja zum Glück so ein bisschen lichten. Wenn da so ein bisschen die Level-Flut sich gelockert hat. Ich bringe jetzt auch einfach alles um, was ich sehe, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich will nur noch jetzt Level 10 werden. wo Level 6 jetzt auch nicht so viel bringt. Ja, hier unten finden wir noch genug Prowler, glaube ich. Bounty und Murlocs können wir auch noch machen. Murlocs können wir ganz gut töten hier, glaube ich. Da starten Zwerge Gnome nicht mehr in Lochmodan. Doch, doch. Das ist ganz klassisches WoW-Klassik. Das ist ja dieser cooler Magier-Turm einfach so in der Gegend rumsteht, finde ich auch so gut. Alter, was ich hier wegblocke. Ich bin hier wirklich... Ich bin Raid-fertig. Ich bin Raid-fertiger Tank. Main Tank. Kein Problem. Kein Problem. Musik in dem Turm ist auch gut. Oh. Das weiß ich gar nicht. Was es hier für Musik gibt. Gibt es da andere Musik im Turm? Oh, das ist die Gnome-Regan-Musik, oder? Ja, das ist die Gnome-Regan- und Tinkertown-Musik, glaube ich. Ja, Gnome-Regan wird ja vermutet, könnte der nächste Raid sein. Was ich natürlich auch sehr coole finde. Großer Fan von Gnome-Regan. Billy Club. Billy Club. 3,9 Damage pro Sekunde. Hallo, hallo. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und dann kommt es tatsächlich. Und dann sagen alle, wow, krass. Woher hat er das gewusst? Wie hat er so ein enormes Wissen über WoW? Dass er das voraussagen kann. Obwohl eigentlich ich so wenig weiß, dass ich nicht mehr wusste, dass es schon feststeht. Man muss immer das Beste rausholen. Wenn man, wenn man so wie ich nicht so schlau ist, muss man jeden kleinen Sieg feiern, den man vielleicht kriegen kann. Seht ihr zum Beispiel heute beim Kneipen-Quiz. Wie ich mich da durch schön durchmogel. Das Island at the Darkened Bank. Was heißt Darkened Bank? Also Bank heißt ja auch irgendwie sowas wie so Ufer oder Fluss. Fluss, ja. Darkened. So, was haben wir hier, Freunde? Blessed Claymore. Wow, Level 17. Bear Bracers. Oh, Level 13er Streitkolben für 70 Silber. Oder haben wir nicht mal im Ansatz genug Gold? Okay. See you later. Moderiert Andreas heute ein letztes Mal Kneipen-Quiz? Ja, davon gehe ich aus. Andreas verlässt Rocket Beans TV. Und Kneipen-Quiz ist ja nicht so häufig, deswegen kann gut sein. Heute das letzte Mal. Also ergötzt euch an seiner Moderationsfähigkeit. Es kann gut sein, dass ihr die in dieser Form, in dieser Reinheit und Perfektion, lange nicht mehr sehen werdet. Oh, ein paar schönen Murlocs, ein paar. Oh, dieser herrliche Wald. Die Vögel. So, jetzt hier einfach rein, oder was? Ah, Priester sieht auch sehr cool aus. Die haben viele coole Fähigkeiten, habe ich das Gefühl. Toll, was er ist chưa? Okay. So, jetzt ist ein kleines Erzeugen. Ja, Parry, einfach alles, mein Freund. Ja, Dodge. Infantry Bracers, 45. Aber wir nehmen natürlich lieber ein weißes Item als ein graues. Ist ja wohl klar. Ja, Leute, geil. Oh, schwarze Katze, auch verzaubert. Finde ich die zwei kaputt? Die sich halt auch noch heilen, diese Biester, ey. Ziemlich der schlimmste Mobtyp, den es gibt. Danke, Colm. Nee, nee, nee. Ah, das ist doch... Ach, Colm. So, Freunde, ich nutze jetzt mein Elixier. Let's go. Elixier. Ja, ich hoffe, dass heute beim Kneipenquiz natürlich viele... ...viele WoW-Fragen drankommen, ne? Das wäre natürlich gut. Das wäre natürlich super. Das ist so ein Murloc Moloch hier einfach. Ich bin schon mal gestorben, ja, schon zweimal. Das hat er vom Buben gelernt. Das hat er vom Buben gelernt. Das Sterben. Ich bin schon mal gestorben, okay. Ich muss sagen, von meinen Runen gefällt mir der Crusader Strike wirklich mit Abstand am besten. Die anderen beiden sind ehrlich gesagt kompletter Crap. Ich mein Schlaf und vierte Spellen. Ja, cool. Noch nie passiert. Und dieses Block-Ding. Ja, das ist ganz cool. Jetzt haben wir ein Schild. Jetzt können wir damit was anfangen. Das Nervigste sind diese random grauen Mobs, die von irgendwo herkommen. Super nervig. Ach ja. Da kann ich auch nur lachen. Was war das gerade für ein blauer Effekt? Ja, dodge doch nicht alles! Ich glaube, gegen die könnte ich eigentlich auch Seal of Crusader machen. Hilft jetzt natürlich nur so mittelfiel, wenn man ständig pariert wird. Oh, wir machen's mal. Oh, small blue patch! Nice. Kleiner, blauer Beutel. So. Wir brauchen noch eine Flosse. Noch eine Flosse brauchen wir. Wie ich nicht mal Agro hab, ey. Ja? Billy Club? Mein zweiter schon heute? Ich trag doch schon Billy Club. Kneipenquizwissen. Ed Vistrus ist der erste Bergsteiger, der als erstes alle Achttausende bestiegen hat. Reinhold Messner, der seit Rekord seit 2022 aberkannt, den er hielt. Okay. Gut zu wissen. Ja, du hast recht. Es gab immer sehr viele Bergsteigerfragen bei Kneipenquiz. Das hat sich schon so ein bisschen... Wo kommt der Typ denn hier? Ja, hau ab! Sooo, Level 10! Yes! Level 10! Level 10! Yam, 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 yam! Wir wissen, was das heißt. Talentpunkte! So, was haben wir denn? Mana Cost of Your Judgment Seal Spells bei 3% Nee! Attack Power Bonus Protection Block Armor Bonus Stärke und Intellekt Die Paladin Talent Bäume sind auch so wirr einfach. Wenn man sich das anguckt... Ah, holy! Aha! Stärke und Intelligenz Was ist das denn für eine... Was soll das für eine Skillung sein? Also für jemanden, der gar keine Ahnung von WoW hat, denkt sich, was soll hier passieren? Okay, das ist beides defensiv, das versteht man schon. Retribution Cool Down Judgment Ja Hm Hm Natürlich die Frage Was wir überhaupt scalen wollen. Also das Ding ist ja mit Level 25 kommt man ja nur maximal bis hierher, ne? Wir kriegen ja nur Nee, bis... Warte mal Das ist 15 Das ist 20 Aber das ist 10 Die Reihe ist 15 Die Reihe ist 20 Die Reihe ist 25 Also kommen wir bis hierhin? Ja gut, ich bin grad zu dumm zum zählen So, was habt ihr denn eigentlich gegen zwei Handwaffen? Für die Alliance Gut So, lass mich noch kurz eine Sache nachschauen So, ich werde gleich ein paar Offiziere benennen Und an die könnt ihr euch wenden Während ich offline bin Um eingeladen zu werden Falls ihr das gerade jetzt als VOD seht oder den Stream nachholt oder sowas in der Richtung Dann könnt ihr sagen Ähm Oh, ich schreib einen von denen an Um eingeladen zu werden Solange noch Platz ist, ne? Also ich geh davon aus dass jetzt am Wochenende die Gilde voll wird Danach müssen wir gucken Da werden wir uns irgendein System überlegen Das wahrscheinlich halb gar ist und alle wütend macht Aber wahrscheinlich gibt's keine bessere Lösung Deswegen müssen wir gucken wie das läuft Und Dann könnt ihr die auf jeden Fall anschreiben Ähm Ist das der Hardcore-Charakter? Das hat nichts mit Hardcore zu tun Ausrufezeichen S-O-D Hat nichts mit Hardcore zu tun Hardcore ist vorbei Der Butterbub ist tot Hardcore Ist zu Ende So Schauen wir schon mal Und zwar Mit dabei Liebe Freunde Ich werde nicht immer für euch da sein können Aber Es gibt Leute denen Vertraue Ich völlig Und ihr solltet es auch Sonst fickt ihr raus Es sind eure Freunde Es sind Leute aus eurer Mitte die für euch sich um euch und um sich und eure beziehungsweise ihre Bedürfnisse und Wünsche kümmern Es sind es sind eure Rahmrabauken eure Melk Fett Molche und Schmier Schmatzer Deswegen Herzlich Willkommen Als Als unser Erster Offizier Coolrank So Warte mal Oh Vielen Dank für den Raid an Mara Wir sind gerade dabei Die Neugebund Also Heute beginnt ein neues Kapitel in World of Warcraft Ihr habt das vielleicht mitbekommen Ich habe in WoW Hardcore gespielt Aber eine Sache ist immer die gleiche wenn wir mit WoW spielen Es gibt eine Butterbande wo wir uns alle versammeln können und gemeinsam spielen können Leider wurde uns der Name die Butterbande geklaut Leider wurde uns auch der Name Butterbande geklaut Das heißt wir heißen jetzt nicht mehr die Butterbande sondern Band of Butter Damit müssen wir alle leben Damit müssen wir jetzt alle leben So jetzt pass mal auf ganz kurz Also wir haben Streicher als unterster Rang Ach ne warte mal Nervt doch bitte nicht Streicher ist der niederste Rang Ne das klappt nicht Das klappt nicht Leider bricht das hier alles zusammen können wir nicht machen Kein Problem Wir müssen nur gucken dass die Bitte Bitte Lass mich das doch ganz kurz jetzt noch machen und dann hören wir auf Veteran kann Invite Member Hat das geklappt Nein Gott Dann müssen wir das gleich noch ausmachen So Addons Raus machen So Invite Member Okay Das klappt Was ist das denn hier Okay Okay Ich glaube das klappt einfach überhaupt nicht Leider Terran kann einladen Offizier Kann nicht akzeptieren leider Geht leider nicht Kann nicht akzeptieren Können wir nichts machen Äh nicht so wichtig Und zwar Also ihr könnt euch wenden an Coolrank der kann euch einladen Falls ihr nicht genau wisst wer die Offiziere sind fragt einfach irgendjemand aus der Butterbande der online ist könnt ihr immer suchen und dann werdet ihr da auf jeden Fall weiter geleitet Mit dabei Rala kann auch einladen Dann haben wir Naito viele davon kennt ihr wahrscheinlich schon aus früheren Iterationen Ihr seht wir haben hier ein schlagkräftiges und fähiges Offiziersteam das euch auf jeden Fall weiterhelfen kann falls ihr nicht weiter wisst im Leben egal worum es sich handelt die können euch helfen und Kart ist mit am Start also wie gesagt falls jemand wissen möchte wer sind die Offiziere könnt ihr hier immer gern nachschauen und dann seht ihr aha das sind meine Offiziere und die an die könnt ihr weiter leiten falls jemand eingeladen werden möchte falls ihr jetzt während ich offline bin spielt könnt ihr gerne hier immer mit who einfach nach Band of Butter suchen dann könnt ihr hier jemanden anschreiben hey wer sind die Offiziere und dann könnt ihr eingeladen werden so du hast den falschen promotet ok dann schauen wir uns das gerade nochmal an oh ja tatsächlich keuch hustus das war nichts gegen dich keuch nicht nichts gegen dich keuch hustus danke für den hinweis ich wollte tatsächlich ich wollte tatsächlich nicht keuch hustus fördern gar jetzt gar nichts also überhaupt ist gar nichts gegen keuch hustus also gar nicht will ich jetzt gar nicht irgendwie ist ein netter kerl aber einfach vielleicht nicht die führungspersönlichkeit die grund einfach auch wegen der primär wegen der gesundheitlichen situation nein kard ist natürlich wieder mit dabei den kennen wir natürlich auch schon und der hat natürlich wieder fantastische Arbeit zu leisten hoffe ich ciao haut rein ihr euch auch gerne auf youtube umschauen da ist creepjack hochgeladen und alles weitere viel spaß haut rein natürlich ihr wisst es später geht es weiter auf rocket beans tv in der zwischenzeit schicke ich euch mal schön weiter wer ist denn am start gerade ich glaube ich schicke euch mal tja jetzt sind natürlich alle gerade essen weil alle gerade jetzt sich auf kneipenquiz vorbereiten müssen ich schicke euch mal rüber zu back to warcraft haut rein und habt dann noch einen schönen Abend ansonsten sehen wir uns morgen Abend wieder ab 20 Uhr streamen wir weiter mit season of discovery ich wünsche euch ganz viel spaß mit season of discovery auf der suche nach weiteren runen und geheimnissen haut rein macht es gut und wir sehen uns gleich beim kneipenquiz ciao